Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Digital Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Für den Fall, dass du gerade unser Video siehst, dann siehst du schon, dass ich heute nicht alleine bin, denn ich habe heute einen ganz fantastischen Gast, nämlich Harald Schirmer dabei. Über Harald sage ich gleich nochmal was. Wir werden heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über hybride Arbeit. Und Harald ist ein sehr erfahrener, hybrider Arbeiter, sagt man das so? Darüber können wir gleich nochmal diskutieren. Aber ganz kurz, wer ist eigentlich Harald? Harald ist Manager Digital Transformation und Change im Bereich Leadership und Organisational Development bei der Continental AG. Er ist schon seit 1989 bei der Continental und hat dort einige sehr, sehr spannende Wege bereitet und ist heute verantwortlich für digitale Transformation und Change in der Personal- und der Konzernpersonalfunktion, so sage ich es, glaube ich, richtig, und seit 2017 für New Work und den Aufbau einer Netzwerkorganisation verantwortlich. Und wenn ich mal von diesen eher faktischen Beschreibungen um dich herum spreche, dann möchte ich noch eins dazu sagen, was mir persönlich total am Herzen liegt. Zum einen ist Harald, finde ich, ein echt richtig toller, guter Typ, ein richtig toller Mensch. Und ich persönlich, wenn ich an Harald denke und an die Begegnungen, die ich mit dir schon hatte, dann denke ich an einen Philosophen. Für mich bist du tatsächlich ein sehr gedankeninspirierender Mensch. Und mal von meinem persönlichen Eindruck, mir abgesehen, ist Harald, das darf man auch, glaube ich, genauso sagen, auch einer der Influencer der New Work-Szene. Er hat einen Blog seit 1996, das muss man sich mal überlegen, seit 1996. Und da sind schon über 900 Artikel veröffentlicht und den kann ich nur sehr empfehlen, dass du dir den auch mal durchliest. Die Links packen wir, wie immer, in die Shownotes rein. Und auch das Personalmagazin hat Harald schon dreimal als Top-HR-Influencer ausgezeichnet. Und ich glaube, das reicht, um euch mal eine Idee dafür zu geben, welche gerade mit uns ist. Und ich freue mich einfach total, dass du da bist und dass wir in dieser Folge gemeinsam über eine Arbeitswelt sprechen können, die immer relevanter wird. Und ich mag noch ganz kurz einen Satz erwähnen, den ich auch auf deinem Blog gefunden habe. Und da steht so sinngemäß, wofür du antrittst. Und da steht New Work in Klammern Achtsamkeit und Wirksamkeit, was ich persönlich eine wunderbare Definition jenseits einer Definition finde. New Work, Achtsamkeit und Wirksamkeit im Digital-Zeitalter, bi-kontinental und beyond. Das so, als wofür du, Harald, stehst. Und jetzt habe ich erst mal genug gequatscht und mag herzlich willkommen sagen. Schön, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank für die tolle Vorstellung, Nele. Ich freue mich total auf das Gespräch jetzt mit dir und den Zuhörern, Zuhörerinnen. Ja, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Das Thema Achtsamkeit verbindet uns. Achtsamkeit und Wirksamkeit habe ich eben schon erwähnt, dass mich das total angesprochen hat, diese Gleichzeitigkeit. Denn daraus kann wahrscheinlich eine große Magie entstehen, oder? Ja, ich fange mal von hinten an mit der Wirksamkeit. Ich erlebe viele, viele Menschen, die durch das sich selbst als wirksam erleben, wieder in die Energie kommen, wieder einen Sinn finden in dem, was sie tun, in dem, wie sie es tun, vor allen Dingen. Wenn ich das Thema Lernen mir anschaue, dann ist neben Neugier diese Selbstwirksamkeitserfahrung in meinen Augen, das ist ein essentieller, ich will es nicht Treiber nennen, ein essentielles Element, um Lernlust zu haben und eben das Ganze auch kontinuierlich zu machen. Also eine Wirksamkeit zu haben, das geht beim kleinen Kind an. Wenn das kleine Kind durchs Schreien keine Wirksamkeit erzeugt, nämlich meine Mama, mein Papa kümmert sich plötzlich um mich, dann ist das Ganze ein ganz psychologisches Problem. Also das wird ganz schlimm, das fühlt sich wie Schmerz an. Und es geht aber weiter bis ins hohe Alter. Also die geringste Wirksamkeit, könnte man sagen, ist zum Beispiel Aufmerksamkeit von anderen. Wenn jemand quasi durch eine Organisation läuft, wenn jemand durch die Stadt läuft und quasi das Gefühl hat, mich nimmt überhaupt keiner wahr, dann ist das, könnte man sagen, so diese unterste Ebene von Wirksamkeit, die fehlt und die geht natürlich dann weiter in Form von, ist das, was ich tue, wirksam? Sind meine Worte wirksam? Ist meine, die Art zu leben wirksam? Also wirksam, nicht jeder muss ständig wirksam sein, aber ich glaube, dass das Gefühl ganz essentiell ist. Und das Thema Achtsamkeit ist halt, beides sind natürlich klassische Buzzwords, die man natürlich, entweder sind sie leer oder sie sind mit allem zu füllen, was man sich so vorstellt. Darum ist es sehr, sehr schwierig, heute mit diesen ganzen Worten überhaupt zu arbeiten. Darum versuche ich, die mit vielen Worten und Beispielen eigentlich mal anzufüllen, was ich darunter verstehe. Und dieses Thema Achtsamkeit, da gibt es ja unzählige Bücher darüber, riesige Trends und alles Mögliche. Man kann es aber auch ganz klein machen. Und man könnte sagen, Achtsamkeit fängt mit Aufmerksamkeit an. Also erst mal zu schauen, wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Wer sitzt oder steht mir gegenüber? Schmeckt es gerade? Riecht es gerade gut? Gut. Also eigentlich könnte man für mich oder für mich ist diese Achtsamkeitsbewegung eigentlich ganz stark mal weg aus der Vergangenheit, mal weg aus der Zukunft und in dem Hier und Jetzt, wie es der Lukas so schön immer sagt, Lukas Fittlerer, im Hier und Jetzt wirklich erleben. Und dann kommt, das möchte ich noch dazu nehmen, weil das gerade jetzt mit dem ganzen Ukraine und Corona und was wir alles haben, ganz, ganz viele Leute, habe ich das Gefühl, die haben Angst. Und Angst kann man in der Regel, oder meistens hat man vor Dingen Angst, die man nicht einschätzen kann. Die in der Vergangenheit liegen als Ursache, die in der Zukunft liegen als Erwartungshaltung, als negative Erwartungshaltung, als Befürchtung. Und wer heute Angst hat, dem kann man eigentlich nur Achtsamkeit empfehlen. Weil eben hier und jetzt, also wenn ich jetzt einfach wahrnehme, was gerade um mich passiert, wie ich mich fühle, ist das Gefühl von Angst relativ schwer zu entwickeln. Weil es ist alles da. Es ist alles sichtbar. Ich kann es riechen, ich kann es fühlen, ich kann auch weggehen. Das heißt, Achtsamkeit ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt, um aus den Ängsten rauszukommen, im Hier und Jetzt zu sein. Und für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen, nee, Angst habe ich nicht. Das ist auch ein starkes Wort, wo vielleicht sich auch einige das gar nicht eingestehen wollen. Und das kann ich auch verstehen, denn Angst ist sehr, sehr kraftvoll. Vielleicht auch, wenn eine Unsicherheit da ist oder wenn du mit einer Unbegreiflichkeit gerade zu tun hast. Auch da ist so ein, wenn wir Fragen haben über die Welt, über die Wirtschaft, über die Gesellschaft, über die Politik und da haben wir sicherlich gerade einige Fragen in uns. Aus den Fragen kurz auszusteigen, denn die Fragen, die sind nur hier und ich tippe gerade so auf meinen Kopf für die, die zuhören. Die sind im Kopf und in diesen Moment zu kommen, in diesen gegenwärtigen Moment. Denn jetzt gerade, jetzt gerade in diesem Moment hörst du gerade diesen Podcast. Und während du diesen Podcast hörst, wer weiß, vielleicht bist du spazieren, vielleicht bist du im Auto, vielleicht schneidest du gerade eine Karotte für das Abendbrot. Jetzt gerade ist alles gut. Ja, gleichzeitig gibt es Katastrophen da draußen, aber jetzt gerade bei dir, in deinem Leben, in diesem Moment, mit diesem Podcast, ist alles gut. Und das reduziert es dann so stark. Also ich hätte es auch ungern nur auf das Thema Angst natürlich fokussiert. Es ist super, dass du das so größer noch machst und ich würde das auch gerne verstärken wollen in die positive Richtung. In dem Moment, wo ich ein Essen wirklich esse und nur das Essen esse, genieße ich es auch ganz anders. Dann schmecke ich plötzlich alle möglichen Facetten raus. Wenn ich, da kann ich auch ein Beispiel nennen, das hatte ich beim letzten Mal so in einem Podcast so eher am Schluss auch formuliert, weil das für mich so eine starke Message war. In dem letzten großen Projekt, was wir hatten, hatte ich am Anfang erzählt, was ich alles machen will. Also unserem damaligen, oder unserem heutigen CIO natürlich auch noch. Und er hat mich so ein bisschen angeschaut und hat gesagt, oder Herr Schirmer, seien Sie doch nicht naiv, Sie können die Welt nicht verändern. Und ich habe ihm dann damals, ich habe ihm nicht arrogant, hoffe ich zumindest, sondern mit einer großen Sicherheit gesagt, es ist so, wenn ich mich verändere, dann sehe ich doch als erstes die Reaktion der Menschen um mich rum auf diese Veränderung. Das mag Verwunderung sein, das mag Freude sein, das mag Angst sein oder was auch immer es ist. Es ist eine Reaktion auf meine Veränderung. Und das, was ich damit sehe, ist meine veränderte Welt. Das ist nicht den Hunger der Welt lösen. Aber wenn ich mich selber, wenn ich bei mir anfange, dann erzeuge ich Reaktionen. Und diese Reaktionen sind die veränderte Welt, die ich erzeugen kann durch meine eigene Veränderung. Und das kann ich dann in der Regel, wenn ich bei mir bin, natürlich auch bei den anderen, um dann zu sehen, was passiert. Also dieses Oszillieren hin und her, rauf und runter. Aber wenn ich erlebe, wie andere Leute plötzlich, wenn ich plötzlich das Meeting anders mache, wenn ich anders in den Raum reinkomme, wenn ich mich anders anziehe, wenn ich andere Fragen stelle, wenn ich Dinge nicht als selbstverständlich hinnehme, wenn ich Dinge anspreche, die man nicht anspricht. Also es geht nicht darum, immer die ganze Welt infrage zu stellen, sondern mit ganz, ganz kleinen Dingen anzufangen. Das ist diese VUCA Rockers Geschichte, die wir ja versuchen, da auch rauszubringen. Keine Angst zu haben vor all dem, was da draußen ist, sondern die Sachen einfach mal anzusprechen oder mal wirklich so ganz kleine Dinge anders zu machen. Meine Frau hat mir vor vielen, vielen Jahren mal so ein Bild gemalt und da stand drauf, wenn du die Welt neu entdecken willst, musst du ab und zu deine Perspektive wechseln. Das kann sein, ich gehe einfach mal anders ins Büro, ins Homeoffice rein oder ich tue mal Dinge, die ich nicht immer schon tue und ich werde neue Sachen erleben. Und das, wenn ich das Ganze halt mit einer gewissen Achtsamkeit mache und dann sich entwickelt, na ja, da kann ich ja gestalten. In dem Moment, wo ich merke, ich kann Dinge ja anders tun, bin ich ja schon im Gestaltungsmodus. Und das ist dann das, wo ich dann wieder Wirksamkeit erzeugen kann. Ich kriege gerade fast ein bisschen Gänsehaut, denn ich höre dir so zu und denke an den Digital Pioneer Begriff. Und wir sehen ja in diesem Podcast Pioniere und Pioniere nicht als Menschen, die das Rad neu erfinden, weil vielleicht brauchen wir gerade gar kein Rad, sondern was ganz anderes, sondern wo es auch so um neue Herangehensweisen geht, um mutige Wege, um neue Perspektiven. Deshalb passt das gerade so. Und mag das einfach direkt gleich nutzen, Harald. Siehst du dich selbst als Digital Pioneer? Ich muss dazu sagen, bevor Harald jetzt antwortet, ich nehme ihn als einen sehr bescheidenen Menschen wahr und ich habe mich fast nicht getraut, diese Frage zu stellen, aber ich gebe sie zurück zu dir. Nel, ich glaube, ich bin nicht so bescheiden, wie ich es ganz gerne wäre. Da muss ich noch ganz ehrlich sein. Aber ich habe natürlich euren Podcast gehört, wo du mit Robert genau dieses Thema besprochen hast und dass es eben bei Digital Pioneer eben nicht darum geht, dass du der Serial Entrepreneur bist, der ein Ding nach dem anderen rockt sozusagen. Also du musst mindestens in der Liga von einem Branson sein oder von einem Steve Jobs, dann kannst du dich so nennen. Da würde ich natürlich sofort sagen, nee, also wirklich nicht. Aber mit dem, was ich gerade auch gesagt habe, dass kleinste Veränderungen anders zuhören, jemanden zu ermutigen, etwas zu tun, was er sich vielleicht selber nicht traut, es mit ihm oder mit ihr gemeinsam zu machen. Oder dann eben vielleicht auch größere Dinge zu sagen, so ich traue mich mal zu widersprechen, ich traue mich mal den Elefanten im Raum anzusprechen, ich traue mich mal nicht um Erlaubnis zu fragen. Das sind für mich eben in dem Kontext, den ihr da in dem letzten Podcast mit Robert zusammen besprochen habt, da würde ich sagen, ja, also dann bin ich definitiv ein Pionier. Aber eben nicht der Kolumbus, der komplett neue Welten entdeckt, sondern eigentlich eher der sie, und so sehe ich mich auch, das könnte man jetzt mit, würde ich jetzt mit dem Begriff Demut auch bezeichnen. Ich habe so das Gefühl, meine Generation oder wir haben auf jeden Fall die Verantwortung, gleichzeitig aber habe ich da Zweifel, dass wir die Welt komplett in der Form New Work mäßig verändern werden können. Gleichzeitig haben wir aber die mindeste Verantwortung, dafür zu sorgen, über diese Welt, die da möglich wäre, in einer so lauten Stimme zu sprechen und alles, was irgendwie möglich ist, dafür zu tun, dass die nächste Generation oder die nächsten Generationen, muss man inzwischen immer mal da sagen auch, dass die uns vielleicht nicht als Vorbilder sieht, dafür sind wir, glaube ich, nicht gut genug. Aber als Leute sieht, die sagen, zumindest haben sie uns gezeigt, was sein kann und den Weg geebnet und ab und zu oder hoffentlich möglichst oft auch den Rücken gestärkt als Sponsor in einem Projekt oder als Jury in einem Award oder als was auch immer es da für Rollen gibt, um dafür zu sorgen, dass die, die dann wirklich anders agieren, und das sehen wir ja schon mit der Erziehung, die sich ja dramatisch verändert hat. Also Leute, die in den 70ern erzogen wurden, die sollten sie alle besser haben als vorher. Leute, die in den 80er, 90ern, das brauche ich jetzt nicht alles ausführen, Kinder, die heute aufwachsen, was ich zum Beispiel unglaublich toll finde. Wir kämpfen uns durch den Tag, zum Beispiel vegetarisch zu leben. Es ist so unglaublich schwer, weil es einfach so eine Konditionierung ist. Meine Tochter hat mit, ich weiß nicht, ich glaube mit fünf Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und nicht, weil wir sie gesagt haben, du musst das tun oder irgendwas. Das finde ich so großartig. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Familien, auch Familien, letztens von einem gehört, das sind die Eltern Metzger. Und das Kind hat gesagt, nee, also nicht bösartig, nicht anklagen, sondern einfach nur, nee, das ist für mich, und das finde ich unglaublich, das ist genau so eine Wirksamkeit, die wir vielleicht haben, die aber erst vielleicht in der nächsten Generation richtig sich entfalten kann. Und deswegen darf man nicht da den Mut verlieren und deswegen darf man da nicht komplett scheitern, weil man sagt, Mist, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Wurstsalat war einfach zu verlockend oder was weiß ich. Also dann hat man es halt wieder nicht geschafft. Aber man hat es bewusst sozusagen nicht geschafft und man hat es vielleicht sogar thematisiert. Und das ist bei New Work und bei all diesen Themen genauso. Da sind so viele Dinge konditioniert, die Art, wie wir Karriere machen, die Art, wie wir uns bewerben, die Art, wie wir, wie es eigentlich nur nach oben gehen kann, die Art, wie wir mit dem entsprechenden Geld umgehen, das wir bekommen oder eben auch nicht bekommen, mit dem, was wir Jobs ausstatten, um sie attraktiv zu machen, um angeblich die besten Talents dafür zu bekommen. All diese ganzen Dinge, die wir da tun, sind ja Jahrzehnte alt und die jetzt wirklich grundlegend zu ändern und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Neue Karrierewege, die auch mal seitlich, auch mal rückwärts, ohne dass sie negativ sind. Karrieremodelle, die an Lebensphasen entlang sind. Das Thema Vollzeit mal in Frage zu stellen und sagen, hey, wir sind in den letzten 30 Jahren so effizient geworden, aber die Effizienz wird verbrannt dadurch, dass, wenn du effizienter wirst, kriegst du nur noch mehr Arbeit. Und die wird irgendwann qualitativ nicht mehr gut und sie wird irgendwann die Leute in eine, ja, man nennt es heute Burnout oder sowas, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber sie wird sie in Ermüdung bringen. Ja. Und das ist, da muss man sich die Konzepte noch mal ganz anschauen und sagen, okay, was wollen wir denn wirklich, wirklich, wie der Friedhoff Bergmann es so schön sagt, und das darf man gerne auch nicht nur auf was bin ich, sondern was möchte denn eine Organisation, was möchten wir denn in der Gesellschaft, was möchten wir denn politisch, sozial und so weiter, was ist denn das, was wir wirklich wollen. Nicht nur das, was halt gerade irgendwie politisch korrekt wäre oder das, was gerade hip ist oder das, was man sich vielleicht halt sagen traut. Ja, und da nehme ich dich schon sehr stark als Pionier wahr und jetzt hast du gerade Kolumbus benannt, vielleicht bist du ein Kolumbus der modernen Arbeitswelt, denn diese Schritte zu gehen, ja, wahrscheinlich werden wir, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, nicht die ganze Arbeitswelt komplett umzudrehen, aber diese Verantwortung, die nämlich bei dir schon sehr stark war, weil ich dich so im Innen und Außen auch kennengelernt habe, darüber zu sprechen, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen und du hast ja zum Beispiel deine Arbeitszeit gerade reduziert, auf, ich glaube, 60 Prozent und auch das und darüber hast du sehr öffentlich auch gepostet, geschrieben und wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich auch bald deine Erfahrungen dazu teilen, wie es dir jetzt so in den ersten Wochen, Monaten damit geht und alleine das mal zu tun, jemand mit deiner Funktion, mit deiner Wirkkraft zu sagen, hey, ich habe aus diversen Gründen meine Arbeitszeit reduziert und probiere das jetzt mal aus und teile meine Erfahrungen damit und damit bist du nicht nur damit, mit vielen anderen auch, das war jetzt nur gerade zu aktuellen, nicht einfach ein Wegbereiter für, genau wie du sagst, die Menschen, die dich anhören, die dich anschauen und sagen, hey, sowas kann man ausprobieren und wenn es nur eine einzige Person ist, die sich vielleicht durch dein Posting traut, diese Frage im Unternehmen zu stellen. Wie cool, denn worum geht das eigentlich? Nee, ich glaube, weil du das jetzt ansprichst, um da auch so meine Erfahrungen schon damit zu teilen, also neun von zehn Leuten haben, das kann man ja auch nachlesen, also finden irgendwie alle toll, aber neun von zehn Leuten sagen, ja, habe ich auch mal probiert und hat nicht geklappt. Ja. Und ich habe ja meinen Post auch damit begonnen, ich habe 2011 schon reduziert mal auf 75 Prozent, war Projektleitung in einem total coolen Projekt und ich, natürlich will man da auch und das war die erste Chance, ich bin aus dem Entwicklungsbereich ins Headquarter gewechselt, in die Zentrale und natürlich will man sich da beweisen und natürlich will man da zeigen, was man alles auf dem Kasten hat und so weiter und 120 Prozent arbeiten und 75 Prozent dafür Geld kriegen, ist halt irgendwann so, dass du nach neun Monaten sagst, nee, also da passt jetzt die Balance nicht mehr. Es ist aber nicht so gewesen, dass mich da jemand reingetrieben hätte. Da hat niemand gesagt, Harald, du musst mehr arbeiten. Im Gegenteil. Meine damalige Führungskraft hat gesagt, Harald, das geht so nicht weiter, das ist einfach zu viel. Schau mal, dass du anders, und dann habe ich sogar ein Coaching dafür bekommen, damit ich eine bessere Work-Life-Balance hinkriege. Und ich hatte Montag, hatte ich im Endeffekt so einen, oder teilweise Montag, Freitag, Nachmittag war so die Reduktion, theoretisch. Am Dienstag früh um 5 Uhr bin ich nach Hannover raufgefahren von Ingolstadt, habe dann da drei Tage gearbeitet und bin dann Mitternacht, am Donnerstag wieder zu Hause gewesen. Und habe natürlich die Zeit maximal versucht, auch zu nutzen, um Wirkung zu erzielen. Und es war toll, und wir haben tolle Ergebnisse gekriegt und alles. Und gleichzeitig ist, wenn ich irgendwas in meinem Leben bereue, das war die Zeit, in der meine Tochter eigentlich mich auch gebraucht hätte. Und die Rückmeldung war, es war am Montag schon so, dass sie schon so ein bisschen auf Distanz gegangen ist. Also sie war damals drei Jahre, vier Jahre alt, ist schon auf Distanz gegangen, irgendwie in dem Gefühl, der ist bald weg. Und der ganze Freitag war ich quasi gar nicht da. Also ich war natürlich da, aber ich war nicht da, weil sie quasi noch so, wie so ein Fremder, da kommt jetzt plötzlich, da ist plötzlich jemand in der Früh wieder da, der jetzt drei Tage weg war. Und das zu erleben, hat mich total, ja, das war total schlimm. Und wenn ich jetzt das mit der Teilseite, jetzt komme ich in die Jetztzeit rein, jetzt schreibe ich das, so wie du es beschreibst, versuche ich es transparent zu machen, um zu zeigen, okay, das geht, das geht auch in Führungspositionen. Das braucht bestimmte Vorbereitungen, das braucht einen bestimmten Arbeitsstil. Da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf schauen, was braucht es denn, um abkömmlich zu sein? Ja. Das ist ja so ein großes Thema in der Führung, also ursprünglich musste man der Erste, der da sein und der Letzte, der geht sozusagen, damit man auch wirklich führen kann, also managen kann, hätte man wahrscheinlich früher gesagt. Ja. Und, ja, aber eigentlich muss man reflektieren und sagen, Moment mal, das, was ich mir jetzt leiste oder man kann es auch sagen, leisten kann, auf 40 Prozent Gehalt zu verzichten, das geht ja nicht bei jedem. Ja, absolut. Ja, gut, dass du sagst. Aber genau der Punkt, ich würde mal sagen, den Frauen die letzten 30 Jahre sowieso erleben, weil die sowieso bis jetzt in den meisten Fällen den Haushalt rocken, die Kinder rocken und nebenbei eine Karriere versuchen zu machen oder auch eine machen. und wenn das bei Frauen ist das immer so selbstverständlich und jetzt macht es ein Mann und dann plötzlich so, wow, der reduziert und der will sich jetzt in der Familie, immer krasser Typ und ich denke mir so, Leute, das ist, es ist so dran, dass wir, dass die Männer auch mal, ich sage jetzt, jetzt kriege ich dann wahrscheinlich dann den Shitstorm von den Männern hinten rum, aber es ist dran, dass wir uns selber auch mal ein bisschen mehr an diese ganzen Themen einbringen und das ist hart und das ist, also behaupte ich jetzt, es ist nicht so einfach, dass du da einfach einsteigst und sagst, so, da mache ich jetzt mehr und die klassische Aufteilung, okay, ich mache Müll und Auto und das funktioniert ja alles nicht mehr, aber man traut sich es halt auch nicht anzusprechen, weil man ja ganz schnell in so ein Fahrwasser kommt, entweder, ja, okay. Jetzt ist das so einer geworden. Klar, und ja gut, also mit 60 Prozent ist natürlich Karriere zu Ende und ich sage aber umgekehrt, ganz spannend, was du sagst, naja, also was für eine Karriere möchte ich denn haben? Was heißt denn Karriere für mich? Genau. Das sind wir wieder bei. Ich denke auch mal dahin zu lenken, dass das Frauen, da hat auch keiner, fragt auch keiner, wie kannst du denn mit der Gehaltsreduktion umgehen und was ist denn mit deiner Karriere? Ja. Aber Nede, schau mal an, das ist, das bringt uns genau zu dem eigentlich nächsten notwendigen Schritt von New Work. Wir haben, wir haben doch in den, in den letzten 50 Jahren oder vor 50, machen wir es mal ein bisschen vorsichtiger, vor 50 Jahren gab es doch eine sehr klare Rollenverteilung. Die eine Person hat sich um Haushalt und Kindererziehung gekümmert, zehn Stunden am Tag, der andere, ich sage es ganz bewusst, die und der, weil es, glaube ich, der absolute Normalfall war, hat es Geld ran geschafft. Und dann war aber, wenn ich das jetzt mal so ganzheitlich anschaue, nach 20 Stunden waren die Aufgaben erfüllt. Vielleicht waren es 22 oder 15, was weiß ich, aber es gab eine Zahl von Stunden, in der beide Personen das, was sie tun sollten, mit, ich sage es jetzt mal, mit Achtsamkeit tun konnten. Mit dem Gefühl am Abend, ja, ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden und das war mein, das ist mein Scope, sozusagen modern ausgedrückt und den habe ich erfüllt. Dann machen wir mal, spulen wir mal vor, 2022, sie arbeitet Vollzeit, er arbeitet Vollzeit, das Kind ist in der Kita, weil mit zweimal zehn Stunden kann ich kein Kind mehr erziehen, das geht einfach nicht, das geht rein zeitlich nicht. Das heißt, ich muss mein Kind abgeben. Der Haushalt, würde ich sagen, im Vergleich zu vor 50 Jahren, hat extrem gewonnen an der Effizienz, die wir durch Maschinen und durch moderne Services und was weiß ich was haben. Es ist sicher nicht mehr so gesund wie früher, also das ganze Fastfood-Zeug, was wir uns alles reinschieben, aber ich kann heute mit, ich sage jetzt mal, zwei Stunden am Tag kriege ich den Haushalt eigentlich gut gebacken. Wenn das beide sich noch aufteilen oder sowas. Das heißt, da hat die Effizienz geholfen. So, und jetzt schaue ich mir mal das Thema Arbeit an. Es stellt niemand in Frage, dass wir Vollzeit arbeiten und das einzig richtige, echte Ganze ist Vollzeit und Vollzeit heißt halt acht, neun, zehn Stunden Arbeit. Egal, wie effizient jemand ist. So, und jetzt gibt es ja Leute, die machen noch alles mit der Hand und machen alles mit Papier und nichts gegen Papier und Hand. Aber wenn nebendran jemand arbeitet und der hat jetzt die letzten Jahre gelernt, hat das alles digital, hat sich weitergebildet, hat Prozesse optimiert und so weiter. Ich behaupte jetzt und dafür kann ich, also ich kann auch wirklich die Beispiele dafür bringen. Es gibt Prozesse, wo die einen drei Monate brauchen und jemand anders 48 Stunden. Ja. und ja, beim einen ist es halt eine serielle Geschichte, da ist es eine, du musst da sein, wo das gerade passiert. Da ist es, das ist, hat auch Vorteile. Ich möchte es nicht als schlecht oder als gut, sondern ich möchte es einfach nur von der zeitlichen Komponente mal anschauen. Wenn ich meine Dokumente, wenn ich das Zeug alles per E-Mail verschicke, wenn ich die Dokumente nicht zentral ablege und nicht co-create oder kollaboriere, also wirklich alle arbeiten am gleichen Dokument, wenn das Zeug alles hin und her geschickt wird, also wenn ich das Thema, was wir als New Work Style bezeichnen, einen modernen Arbeitsstil, der die Vorteile der digitalen Tools wirklich mit rein nimmt, dann kann ich unglaublich effizient sein. Jetzt ist aber das Problem, die zwei Leute arbeiten nebeneinander, der eine sorgt dafür, dass die Effizienz des anderen in den Keller geht, beide werden gleich bezahlt, beide haben die gleiche, fixe Vollzeit-Arbeitszeit, 18 Stunden, obwohl der eine eigentlich nach vier Stunden heimgehen könnte. Macht er aber nicht. Macht er aber nicht. Also kommt immer mehr Arbeit drauf und das ist jetzt die Spirale, in der man logischerweise bei ständigem Wachstum drin ist. Ich werde immer effizienter, durch die Effizienz habe ich Zeit gespart sozusagen und die wird sofort doch noch mehr und noch schneller aufgefressen. So, und dann habe ich das Ergebnis und das würde ich behaupten, wir haben jetzt die Studien für New Work, wir haben über 70 Studien ausgewertet, wie es denn so ist mit Homeoffice und all diesen ganzen Dingen. Das meiste ist da eigentlich, relativ positiv in Form von, wir können flexibler arbeiten, all das geht, aber was sehr deutlich auch wird, ist, ich nenne es jetzt mal die Volksenergie, die gesellschaftliche Energie, die geht richtig rund nach unten. Ja, weil es mental so anstrengend ist, weil wir uns mental die Pausen nicht gönnen und dieses Tempo und diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, ich liebe Tempo und ich mag auch Effizienz total gerne und gleichzeitig ist es mental so anstrengend und nur, weil etwas schnell geht und effizient geht, bedeutet es weder, dass es gut ist, noch, dass es uns dient im Sinne der Gesundheit. Und mit Gesundheit meine ich jetzt nicht das Gegenteil von Krankheit, sondern auch so eine gesellschaftliche Gesundheit im Sinne von Achtsamkeit, wie kann ich eigentlich, ja, auch weiterhin kluge Entscheidungen treffen, denn wenn ich in diesem Run bin, in diesem mentalen Run, in diesem Effizienz-Run, in diesem Supertempo, ist halt eine ganz große Gefahr, dass ich mich selbst auf diesem Weg nicht in Gänze mitnehmen kann. Und mit ich selbst meine ich alle meine Fähigkeiten, die dazu führen, dass ich kluge Entscheidungen treffen kann. Das sind für mich zwei Sachen auch noch wichtig. Das eine ist, wenn wir in dem Bild bleiben, beide arbeiten 18 Stunden am Tag, kümmern sich dann noch irgendwie um Haushalt und Kind. Da bleibt keine Zeit mehr für soziales Engagement. Da bleibt keine Zeit mehr für politische Auseinandersetzung. Da bleibt keine Zeit mehr, sich um den Nachbarn, die Nachbarin, ältere Leute oder irgendwas, sie überhaupt nur zu begegnen, ihnen zu begegnen. Also all diese Dinge, die uns als Gesellschaft, als Mensch, der ja ein Beziehungswesen ist, das glaube ich, haben die meisten jetzt auch erlebt, also wenn es nur noch virtuell ist oder wenn es eben, wenn die Beziehungen im Virtuellen nicht gepflegt werden, dass es da einfach, dass sich das nicht gut anfühlt. Ja, und das heißt aber doch alles eigentlich, das deutet sehr stark darauf hin, dass wenn wir wieder ein bisschen ganzheitlicher, also dieses, gibt es so ein Lebensrat, was ist denn da alles drin, ein Hobby, auch an, du hast ja auch Spiritualität angemerkt, auch das ist ja etwas, was Raum braucht. Aber selbst, wenn ich in die Firma reingehe, in die Organisationen, wenn wir das Thema Lernen anschauen, ich mache seit den, seit vier, fünf Jahren, mache ich ja ganz viel auch mit Vorträgen zum Thema Lernen und frage die Leute, mache Workshops und so weiter und ich stelle immer wieder die Frage, okay, wie sieht es aus, ist euch Lernen wichtig? Und natürlich kommen die Leute immer und sagen, ja, total wichtig, also wirklich auch zahlenbasiert, 90 Prozent sagen Lernen ist total wichtig. Zweite Frage, hast du Lernen in deinem Kalender stehen? So, und dann sind es noch 18. 20 Prozent der Leute haben Lernzeit im Kalender geblockt. Ja, also 80 Prozent finden es wichtig, aber haben es nicht im Kalender. Und dann kommt noch die dritte Frage, die ist dann vielleicht sogar schon fast ein bisschen böse und jetzt hast du dir Lernzeit geblockt, Freitag 14 Uhr. Jetzt ruft dich dein Chef, deine Chefin an, kriegt der die Stunde von dir. Jetzt ruft dich dein Mitarbeiter an, jetzt ruft dich dein Kunde an, kriegt der deine Lernzeit. Und da hast du fast 100 Prozent Übereinstimmung, die sagen, ja, selbstverständlich. Und wenn du dir dann einen Rückschluss ziehst, heißt es ja, wenn ich lerne, bin ich nicht produktiv. Das muss ich rechtfertigen. Meeting muss keiner rechtfertigen. Lernzeit schon. So, und jetzt reden wir aber eigentlich nur von dem Teil Lernen, der sozusagen dazu sorgt, dass ich etwas Neues erfahre. Ich nenne es jetzt mal, ich habe davon gehört. Ich habe gesehen, da gibt es einen neuen Knopf in dem Tool. Das Große vom Lernen ist ja eigentlich dann das Üben, ist das mit jemandem austauschen, reflektieren, anwenden, besser werden, Exzellenz transformieren, daraus etwas Neues entwickeln. Wann wende ich es an, wie kann ich es anwenden? Also das ist ja das, was dann das große Wertvolle vom Lernen ist auch. Aber wir haben ja schon mal für das Informieren keine Zeit und können es nicht verteidigen. Ja, also es gäbe so viel Wichtigeres zu tun sozusagen mit der Zeit, die durch die Effizienz reingeholt wird. Und da gibt es ja diesen wunderschönen Sprichspruch von Astrid Lindgren, der glaube ich, da immer wichtiger wird im Moment. Wer nimmt sich heute Zeit und fühlt sich richtig gut dabei, zu sagen, ich sitze einfach nur da und schaue in die Luft. Das ist ja quasi das Schlimmste, was einer produktiven Gesellschaft passieren kann, ist, dass Leute Luftlöcher gucken. Aber ich behaupte, jeder, der das schon mal gemacht hat, hat danach einen Kreativitätsboost erlebt, hat danach gemerkt, Moment, da kamen ganz andere Gedanken. Da kam plötzlich ein ganzheitlicheres Bild, da kamen plötzlich Dinge hoch, da komme ich nicht drauf, wenn ich in diesem ständigen, oberflächlichen Rennen bin, da komme ich nicht in die Tiefe. Also ich brauche eigentlich auch diese Ruhephase, ich brauche auch einen Moment oder vielleicht sogar längere Momente, wo man runterfährt. Vielleicht darf ich sogar irgendwann so weit kommen und den Müßiggang als Selbstzweck zu sehen. Denn wenn ich dir zuhöre, höre ich eine Erklärung, warum es wichtig ist und übrigens, ich erkläre mir das selber, also wenn ich mir solche Zeiten nehme, dann erkläre ich mir auch, warum ich das jetzt darf. Also bitte nicht falsch verstehen. Und wenn wir irgendwann dahin kämen zu sagen, ich gucke einfach gerade ein Loch in die Luft, einfach nur, weil ich ein Loch in die Luft gucken will und nicht, weil dann etwas besser ist, weil ich dann kreativ sein kann, sondern einfach nur mal, um ein Loch in die Luft zu gucken, ohne mir das erklären zu müssen. Und ich fasse gerade meine eigene Nase. Ich habe einmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, als Harald und ich gerade gesprochen haben, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, habe ich gerade so eine Geschichte erzählt, dass ich letztes Wochenende mich dazu entschieden habe, obwohl unglaublich viel zu tun ist, bei uns am Haus und tausend mögliche Sachen und Steuer. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, drei Stunden auf dem Balkon mit einem Buch zu liegen und einfach rumzuliegen. Und auch da musste ich mir das erklären, warum das jetzt wichtig ist, das zu tun. Und wie schön wäre es, wenn wir irgendwann dahin kämen, dass wir das einfach wieder machen können. Und ich sage bewusst wieder, denn das gab sicherlich schon mal diese Zeit und vielleicht muss das jetzt auch in den Kalender rein, wie die Lernzeit, zu sagen, hey, ich habe hier Lernzeit und ich habe, bei Walking Out Loud wird das auch immer wieder so dieses Traktier-Zeit in deinen Kalender ein, wo du nur mit dir bist, wo du einfach mal bist. Ja, da kann ich auch lernen, da kann ich natürlich auch, aber dieses ist jetzt vielleicht gerade mal Müßiggang dran und ein Loch in die Luft zu gucken. Einfach nur des Lochs in der Luft wägen und nicht damit irgendwas zu erreichen. Das fände ich jetzt irgendwie auch schön. Nede, da sind wir jetzt aber genau wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang mit den Generationen angesprochen habe. Also ich scheitere da dran. Bin ich ganz offen. Ich habe das auch jahrzehntelang, war das für mich eigentlich eher so, tschakka, wie cool bin ich, indem ich zu den Leuten gesagt habe, hey, also wenn du mich so richtig bestrafen willst, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist, setz mich irgendwo hin und lass mich nichts tun dürfen. Also das war, ich war fast stolz da drauf. Also man war auch viel stolz, da war der Hollerker zu sein. Ja, genau. Natürlich ist das cool. Was für ein Schatz. Also natürlich nicht. Natürlich nicht, genau. Also Ironie schild an. Ja, nicht cool. Alle, die zuhören, das ist nicht cool. Genau. Und jetzt aber zu sehen, dass du schaffst es schon eher, dir drei, also für mich sind ja drei Stunden nichts tun, also das sind wirklich, das ist, ich hatte früher gesagt Folter, heute ist es so, dass ich versuche und dann sitze ich da und während ich schon mich, während ich mich gerade hinsetze, sehe ich schon, oh, da müsste es noch Rasen mähen und hier ist noch was kaputt und da und die Steuer wäre noch und es ist, also man muss dann wirklich meditieren, sozusagen, damit man dieses Gesang, Gedankenkarussell, was man denn jetzt eigentlich alles Wertvolles mit dieser Zeit anfangen müsste, sollte, könnte, dass man das runterfährt. So und die Hoffnung ist, wenn man es jetzt thematisiert, wenn man sagt, ich würde nicht mehr nur sagen, man sollte das im Kalender sein, man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen und das wäre jetzt vielleicht auch so was, was so für mich Rebellen oder was Pioniere machen, die sagen mich nur so ein bisschen, ja man könnte jetzt da schon mal mit dem Rad fahren zum Einkaufen, sondern umgekehrt, wir müssen es uns leisten können, da meine ich jetzt nicht das Geld, sondern die Zeit, weil wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, dann bin ich halt in siebeneinhalb Minuten dort, dann habe ich zwölf Minuten zum Einkaufen und bin nach sieben Minuten wieder zurück, das kriege ich in diese halbe Stunde irgendwie noch rein zum nächsten Termin. Wenn ich aber dann darüber nachdenke, ich fahre aber jetzt mit dem Fahrrad, dann bin ich halt schon vielleicht eine Viertelstunde unterwegs oder 20 Minuten mal zwei, dann sind es schon 40 Minuten und wenn ich dann beim Einkaufen nicht einfach nur das Zeug reinräume, was ich so immer reinräume, sondern auch mal lese, was ich da eigentlich esse, dann dauert das Einkaufen halt auch eine halbe Stunde länger oder eine Stunde so und dann sind zwei Stunden weg, nur um etwas zu tun, was ja eigentlich auch in 25,5 Minuten geht und wir sind eigentlich sehr stark darauf konditioniert, immer effizienter und alles immer und ganz schnell und dass man dann schnell wieder das Nächste macht und dann sind wir bei der Achtsamkeit, wenn ich mit dem Fahrrad da hinfahre, dann habe ich ja schon automatisch eine Ruhezeit, dann werde ich durch die Natur vielleicht hoffentlich oder durch die Stadt auch inspiriert, andere Dinge zu sehen, Dinge anders zu machen. Ich kriege vielleicht ein bisschen frische Luft ab, ich komme langsamer voran, also diese Geschwindigkeit geht so ein bisschen im Erlebnis runter. So, dann lese ich mir die Sachen vielleicht durch, was ist denn da drin, ja, willst du das wirklich essen? All das sind für mich Momente von Achtsamkeit, sondern bist du nach zwei Stunden zurück und du kommst wie aus einer anderen Welt zurück. Während wenn du halt mit diesem schnell einkaufen, du bist eigentlich, bist du schon im nächsten Termin, hast deine Liste abgearbeitet und du warst eigentlich nie richtig weg. Und das mal... Vor allem Autopilot funktioniert, ja, genau. Ja, und dann stirbst du irgendwann und dann hast du festgestellt, okay, also das mit dem Leben hat nicht geklappt. Also ich habe gelebt, sondern ich habe halt was gemacht. Funktioniert, ja. Ja. Und so kann ich es eigentlich tatsächlich spüren. Lieber Harald, lieber Harald und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr euch am Anfang noch gewundert habt, warum ich Harald als einen Philosophen bezeichne. Vielleicht versteht ihr es jetzt. Ist das nicht cool? Und jetzt ahnt ihr vielleicht auch alle die Kontakte, die ich mit Harald habe. Ja, es ist einfach so inspirierend, dir zuzuhören. Und ich habe gerade so den, die Frage in mir, ob wir einfach genau das so weiterlaufen lassen wollen oder ob wir noch die Brücke zur hybriden Arbeit schlagen wollen und mag die Frage einfach mal ganz bewusst in deine Richtung geben. Wie ist es dir gerade lieber? Mit beiden Fallen. Ich habe aber schon, das ist so ein bisschen ja die Mission, auf der wir beide ja auch unterwegs sind. Ich glaube, es sind da noch so viele Fragen und auch vielleicht ein bisschen korrigierfähige Erwartungshaltungen da, dass es vielleicht schon auch sinnvoll wäre, das eigentliche Thema da auch ein bisschen zu vertiefen. Ja, dann lass uns doch, lass uns einfach hinübergehen. und ihr werdet merken, wie nah diese Themen beieinander sind. Das hat so viel mit nahe zu tun. Genau, das ist, ja, bei all dem, was du gerade gesagt hast, war bei mir immer so, boah, und jetzt gerade auch noch die hybride Arbeitswelt, die verstärkt das, die ermöglicht das, die verschlimmert das, also das passt alles wunderbar. Dann versuche ich einen Rückenschlag. Ich habe dich angesprochen, auf diese Folge war ich ein LinkedIn-Artikel, es stimmt gar nicht, ein Blog-Artikel von dir, Lars. Wie gesagt, also alle Links packen wir hier in die Shownotes rein oder ihr geht auf www.harald-schirma.de, da könnt ihr euch auch mal umschauen, kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Und dieser Podcast, da ging es um hybrides Arbeiten und Alternativen. Und so die einleitende Frage und die hat mich direkt gecatcht, war, hybrides Arbeiten funktioniert nicht oder vielleicht doch. Und da musste ich so stark schmunzeln und habe, wie gesagt, auch eine Resonanz gespürt, denn dieses das funktioniert nicht, ist eine Frage, die ich nahezu täglich höre in den Organisationen, die ich unterstützen darf. Und ich gebe es zu, auch immer mal wieder bei Essentri, obwohl wir, und das darf ich schon sagen, echt eine, ja, also ich glaube, ich darf das sagen, ist schon eine moderne Company, und wir sind ein Tech-Unternehmen und also da eigentlich total wunderbar aufgestellt, sowohl vom Mindset als auch vom Skillset und vom Toolset. Und gleichzeitig höre ich immer wieder dieses, na, Hybrid funktioniert irgendwie nicht so gut. Und lass uns doch mal wieder zurückgehen in diese echten Treffen. Ich habe auch einen Tweet von dir gesehen, Harald, der hat mich auch total inspiriert. Ich kriege das jetzt nicht wörtlich zusammen, aber so sinngemäß habe ich mir gemerkt, lass uns doch mal aufhören, davon zu sprechen, dass wir uns in echt treffen oder in real treffen. Denn übrigens ist auch eine virtuelle Begegnung eine reale Begegnung. Seitdem probiere ich das übrigens nicht mehr zu sagen, ich versuche es auch nicht mehr zu schreiben, weil ich mich, ich finde, du hast total recht, ist denn, wir treffen uns jetzt ja auch gerade hier in einem virtuellen Raum und ich möchte dazu sagen, Harald und ich, wir haben uns noch nie, um das jetzt mal so zu sagen, in echt getroffen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir uns jedes Mal in echt getroffen haben. Wir haben noch nie in einem physischen Raum zusammengestanden, wir haben einander noch nie die Schultern angefasst, haben wir noch nicht. Und gleichzeitig fühle ich mich hier total nah, weil wir einfach schon sehr, sehr viele echte Begegnungen hatten in diesem virtuellen Raum. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, habe ich mich sehr verstanden gefühlt, so mit den Themen, mit denen ich auch gerade unterwegs bin und auch mit der Aufgabe, die ich für uns gesellschaftlich und wirtschaftlich sehe, weg von dem, das geht doch nicht, die hybride Arbeitswelt hinzunehmen. Und das ist mein Wunsch. Wie cool, das ist diese hybride Möglichkeit der Zusammenarbeit, des Zusammenkommens, des Zusammenseins, des Zusammenerschaffens, des Zusammenkreierens, das Zusammen-Sich-Spüren gibt. Und ja, mag dich, mag dich fragen, wie du das wahrnimmst, ob du auch eine Aversion da draußen hörst und ja, was du glaubst, was da so die Herausforderungen sind, um das mal so aufzuspannen? Mach ich gerne. Also ich würde es einerseits so ein bisschen für mich die historische Herleitung sozusagen mal versuchen und dann eben auch das Ganze mal zu rahmen in meiner persönlichen Meinung, wo wir da gerade stehen, in Zusammenhang mit Projektleitung, mit den ganzen Studien, die wir gemacht haben, mit den ganzen Firmen, Bench-Learning, was wir da gemacht haben. Gleichzeitig möchte ich am Anfang quasi damit starten, mit einem kleinen, hoffentlich wertschätzenden, kleinen Reflexionsmoment. Also Worte generieren Wirklichkeit. Das ist so ein Spruch, den finde ich einfach sehr wichtig. Und wenn jemand zu dir sagt, lass uns nach so und so viel virtuellen Treffen doch mal in echt treffen. Wie traurig ist doch das im Rückblick auf alle Treffen vorher. Das heißt ja, alles vorher war nicht echt. War nicht echt. Das war nicht real. Und wenn ich jemandem sage, Nele, das war jetzt ein schöner Talk mit dir, aber der war nicht real, weil ich dich nicht an den Schultern berühren konnte oder weil wir uns nicht die Hand geben konnten, weil wir uns nicht riechen konnten, dann ist das zu einem Teil wahr. Das konnten wir nicht. Aber wir sind, ich behaupte es jetzt mal Wesen, die in der Lage sind, ganz, ganz viele Dinge als völlig real hinzunehmen, ohne sie in Frage zu stellen. Und da muss ich nicht bei Religionen anfangen. Das können Ländergrenzen sein. Es gibt keine Ländergrenzen real. Das ist nur in unserem Kopf. Klar, wenn da ein Zaun steht, dann aber, ob der Zaun zehn Meter vorne oder hundert Kilometer weiter links steht, das ist nicht real. Das ist ausgedacht. Das Geld, das ist nicht real. Das haben wir uns ausgedacht. Dass heute jemand quasi, ich kann nach Amerika fliegen, ist völlig irreal. Das funktioniert nur, weil ein System geschaffen wurde, an dem ganz, ganz viele Menschen, ganz viele kleine Zahnräder sind, sozusagen, oder Rollen erfüllen, die dann insgesamt dafür sorgen, dass ich nach Amerika fliegen kann. Ich kenne weder den Piloten, also ich referenziere da jetzt so ein bisschen auf, die können wir gerne auch in die Shownotes stellen. Da gibt es tolle Bücher, die mal ein bisschen klar machen, der Unterschied zwischen einer physisch wirklichen, wirklich in Form von haptischen Welt und dem, was wir uns alles in unserer Welt schon so zurecht gebaut haben, was eigentlich keinerlei physische Grundlage hat. Aber das ist eigentlich eine Schönheit. Das ist das Besondere für uns Menschen, dass wir in der Lage sind, an Dinge zu glauben, die es überhaupt nicht gibt. Und dieses Gemeinsame an etwas zu glauben, etwas für wahr zu halten, auch wenn man es nicht anlangen kann, ist das, was uns in großen Gruppen zusammenhält. Ja. So, und jetzt gehe ich, das war mir einfach nur wichtig, also Philosophie weiß ich nicht, die ist für mich deutlich tiefer und mit viel, viel mehr Wissen dazu und da kann man dann tausend Studien wissen. Doch bescheiden, siehst du? Nein, es ist einfach rumphilosophieren, machen wir es mal ein bisschen. Ja, wir werden jetzt rumphilosophieren, wenn dir das jetzt hilft. Jetzt habe ich 89 irgendwo angefangen in dieser Organisation und selbst da war es natürlich ein großer Konzern, war es schon üblich, dass man halt mit Leuten aus anderen Ländern zusammengearbeitet hat. Ja. Das heißt, es gab in Deutschland irgendwo eine Projektgruppe und es gab irgendwo im Ausland dann Projektleiter oder jemand, der das Ganze halt dann in die Produktion übersetzt hat. und wenn ich das heute sagen würde, es gibt einen Call und da hat sich jemand eingewählt, dann würden wir das heute Hybrid nennen. Das heißt, Hybrid ist ein alter Hut, das ist nichts Neues, das ist was völlig Normales sozusagen, wenn nicht alle am gleichen Ort sein können. Jetzt war aber unsere Erfahrung und da bin ich glaube ich nicht alleine, damals waren es Telefonkonferenzen, da hat man sich noch nicht sehen können, da hat man eigentlich, dann gab es noch so natürlich ein Mindset, dass wir hier die Krone der Schöpfung sind und andere Leute für günstiges Geld das Ganze dann hoffentlich produzieren. Also da gab es auch ganz viel menschlich, würde ich heute sagen, Bedenkliches, das hat man dann irgendwie netter genannt. Vorher war es Low-Cost-Countries, dann waren es Best-Cost-Countries, also man hat es versucht, sprachlich irgendwie schöner zu färben und ich freue mich total, dass wir das heute eigentlich, zumindest in unserer Firma, kann ich das sagen, in der Organisation geschafft haben, dass es egal ist, wo jemand herkommt, dass wir da mit einer großen Augenhöhe wirklich auch arbeiten. Bei uns kriegen auch, wenn es irgendwelche Ausschüttungen sozusagen gibt, wenn es irgendwelche Vorteile gibt, dann gibt es die für die ganze Welt. Die gibt es nicht nur für Deutschland, sondern die gibt es für alle und das ist das, was mich unglaublich, wenn man das so sagen kann, stolz macht, in dieser Organisation zu arbeiten, dass wir da keine zwei, drei, vier Klassengesellschaft aufbauen und dass wir sagen, wenn jemand in dieser Organisation arbeitet, dann kriegt er auch das, was die Organisation zu geben hat. Das davor weggenommen, also das ist für mich schon sehr wichtig, wenn wir über Sinn und über New Work reden, dass wir mit einer Fairness da rangehen. So und jetzt kam Corona und vielleicht auch noch dazu das ganze Thema Homeoffice. Also ich habe seit über 20 Jahren Homeoffice, also in Teilen. Ich bin, ich habe seit vier Jahren eigentlich kein Büro mehr, also auch lang vor Corona. Ich habe, ich arbeite nur von zu Hause oder mobil und es war, vor Corona war es immer eine Diskussion. Es war immer das Thema Vertrauen, also es gibt da kaum eine Studie, man kann da gerne mal googeln und mal alte Berichte, alte Studien rausziehen, die kamen immer zu dem gleichen Ergebnis, nämlich Nummer eins, wer zu Hause arbeitet, arbeitet in der Regel mehr, also faktisch mehr, weil er nicht nur seine Arbeit macht, sondern er muss auch noch dafür sorgen, dass die Leute, die nicht da sind, mitkriegen, dass er arbeitet. Das heißt, zumindest der Kommunikationspart ist on top, aber meistens ist es ja auch noch so, dass Homeoffice damals ja auch so was, der hat es jetzt und dann musste man natürlich noch mal eine Schippe drauflegen, damit es nicht als der macht ja nichts gilt, weil das war die Erwartungshaltung, wenn jemand im Homeoffice ist und dann macht er das auch noch freitags, der will ja nur ein langes Wochenende. Ja, auf jeden Fall, da wird nicht gearbeitet. Genau, die lange, die Erwartungshaltung sämtlicher, ich würde sagen, Führungskräfte und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist vielleicht sogar ganz natürlich war, wenn jemand im Homeoffice ist, geht die Leistung runter. Weil wenn ich jemanden nicht sehen kann, kann ich mich kontrollieren und dann hat die Person ja eigentlich auch gar keinen Anreiz zu arbeiten, denn für wen sollte sie denn arbeiten, wenn nicht für mich Führungskraft? Da sind so ganz interessante Gedankengänge dahinter, die mögen nicht auf jeden zutreffen und auch hier, ich glaube auch, dass das sehr menschlich ist, weil es die Historie abbildet. Absolut. Jetzt spule ich wieder ein kleines Stück vor, wir haben jetzt gelernt, physisches Arbeiten, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Wir haben, glaube ich, noch nicht alles gelernt, was es im virtuellen zu lernen gibt, also in Videokonferenzen, da gibt es noch sehr, sehr viel, was wir verbessern können, also angefangen davon, dass viele Leute sind quasi in einer Selbstverständlichkeit in so eine Ende-zu-Ende-Schleife gegangen. Das heißt wirklich, von einem Termin, ist ja nur ein Klick und dann bin ich in der nächsten Konferenz und das ist natürlich über zwei Jahre extrem ermüdend, das ist ungesund, das ist unproduktiv, das ist einfach, das ist falsch. Ich sage das so deutlich. Also wer von früh bis abends nur in Videokonferenzen hockt und zwischendrin sich schnell irgendeine Fertigpizza reinschmeißt, der macht das keine 30 Jahre lang. Das ist schädlich für die Firma, das ist schädlich für die Organisation und den Mitarbeitern sowieso. Also das, davon müssen wir weg. Das geht zwar technisch jetzt inzwischen, das ist ja super einfach, aber es ist nicht nachhaltig und es ist nicht sinnvoll. So, jetzt muss ich die Dinge und das ist das, was man ja ganz oft hört, dass die Leute sagen, ah, mir fehlen die Begegnungen, mir fehlt Sense of Belonging, das Thema Kreativität wird genannt, Produktivität, Effizienz natürlich, auch irgendwo, wenn ich mir diese Sachen aber alle anschaue, dann ist es nicht so, virtuell macht das nicht möglich, sondern wir haben es nicht eingeplant. Ja, also ich mach das mal deutlich, Schulungen. Schulungen im Physischen ist klar, ganz oft im Organisationskontext Ganztagesschulungen. Das heißt, du reist irgendwann an, kommst um 8, 9 da rein, dann hast du bis um 4, 5 oder sowas hast du Schulung, zwischendrin wird Mittag gegessen, dann gab es vielleicht auch noch so eine Welcome-Geschichte und so weiter. Also es ist klar gewesen, wenn ich im physischen Kontext etwas lerne, dass es dann außenrum um die Inhalte etwas gab, was menschlich ist, was Begegnung ermöglicht, was Beziehung aufbaut und so weiter. Jetzt hat dann irgendein schlauer Mensch mal gesagt, naja, aber man kann ja die Leute nicht 6, 7 Stunden lang in eine Videokonferenz hocken. Das schlaucht ja. Gott sei Dank hat das mal jemand gesagt. Gott sei Dank. Also es ist völlig richtig. Aber, was jetzt ja passiert ist, man hat jetzt diese 6 Stunden physische Events reduziert auf 2,5 oder 3 Stunden virtuelle Konferenz. Und vor und nach der virtuellen Konferenz hocken die Leute in Videokonferenzen. Ja. Und in diesen 3 Stunden passiert nichts mehr, was mit Begegnung zu tun hat, sondern da wird quasi nur noch Stoff vermittelt. Also an den Schulen hat man es ganz krass gesehen. Vorher gab es vielleicht noch Projektunterricht. Während Corona gab es nur noch Frontbeschallung. Also nicht nur noch, es gab natürlich ganz viele tolle Ausnahmen, aber im Gro hat man sich wieder reduziert auf das, was man irgendwie glaubt zu können. Nämlich ich habe eine Videokamera vor mir, da sitzen 30 Kinder, also erzähle ich Ihnen was. Und dann frage ich was und dann habe ich die Erfahrung gemacht und das ist im Business-Kontext genauso, dann kommt nichts. Also reduziere ich das Fragen. Logische Folge. So, und das ist etwas, was nicht, das ist natürlich eine Art von Lernen, aber das ist ein, ich passe mich an etwas an, was scheinbar nicht anders geht. Wenn ich aber jetzt da mich mal hingesetzt hätte und Löcher in die Luft geschaut hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt, naja, ich will aber schon die Nele mal kennenlernen. Ich möchte aber schon mal wissen, was macht die sonst so. Ich möchte aber schon Zeit haben, vielleicht mit ihren Kaffee zu trinken. und wenn er nur virtuell ist. Ich möchte vielleicht aber auch laufen, also mal das Fenster auf meine Luft reinholen, das ist aber alles nicht vorgesehen. Ich treffe sie auch nicht mehr zufällig am Aufzug. Das fehlt mir auch. Ich treffe sie auch nicht mehr auf dem Weg in die Kantine. So, und wenn ich jetzt bewusst, achtsam und dann auch, wie kriege ich es wirksam hin, das herangeschaut hätte, dann hätte ich gesagt, naja, vielleicht wäre dieses Webinar trotzdem sechs Stunden lang, aber eben nicht sechs Stunden lang Content, sondern wir haben eine Stunde, wo wir uns in Breakout Rooms oder einzeln oder gesamt, wo wir uns erstmal begrüßen, kennenlernen, irgendwas gemeinsam machen. Ein Eisbreaker nennt man das dann heute schön. Also wirklich Gemeinsamkeit erleben. Dann, welche Werkzeuge nehme ich? Mache ich eine PowerPoint-Präsentation und alle schauen nur zu, was ich ja genauso gut asynchron machen könnte. Da brauche ich keinen Termin dafür, dass mir jemand zuhört. Oder, wenn ich schon synchrone Begegnungen habe, dann sollen doch alle sich beteiligen können. Dann kann ich keine One-to-Many-Formate eigentlich da reinpacken, sondern dann muss ich mir überlegen, wie kann ich Aktivierung erzeugen. Dann habe ich die Pause. Wie habe ich die Pause? Ja, mache ich da, ja, jetzt geht mal alle Kaffee trinken. Zeit in zehn Minuten wieder da. Dann rennt jeder schnell, holt sich irgendwas, schlürft das Zeug runter, steht wieder da. Aber es ist ja immer, manche, für die ist es normal zu essen vor der Kamera. Für mich auch. Andere Leute finden das total unschick. In der Kantine essen alle voreinander und da hat keiner ein Problem damit. Aber das nur am Rande. So, man könnte aber auch sagen, lass uns die Pause doch mal so machen. Wir bleiben im Call, aber mit Mobilgerät, schalten die Kamera aus und gehen jetzt mal alle miteinander spazieren. Also jeder geht raus und wir gehen spazieren. Und jetzt reden wir auch nicht über das Geschäft und über die Themen, sondern was siehst denn du gerade? Und jetzt hast du plötzlich einen gemeinsamen Spazier, also das ist jetzt nur eine kleine Methode, wie man dieses Wir machen gemeinsam Pause, also ein gemeinsames Erlebnis wieder, ich sage jetzt mal, orchestrieren kann. Und so geht es mit all diesen Dingen. Und wenn ich dann mal mir ein physisches, gutes Meeting, Training, Treffen, Workshop, wie auch immer Webinar oder nicht Webinar, da ist es ja dann ein Klassenzimmertraining. Wenn ich mir das anschaue, was sind denn die Phasen und Elemente da drin und die bewusst wieder in die digitale Welt übertrage, ja dann dauern die wieder genauso lang und dann haben die diese Elemente aber auch wieder drin. Die sind ein bisschen anders und die sind nicht ganz so schick wie physisch. Das möchte ich gar nicht sagen, dass das gleichwertig ist. Sie sind anders, aber sie können auch das alles bedienen. Wir haben so viele Beispiele von ganzen Organisationen, die sich noch nie getroffen haben. Unsere Netzwerke und das Guide-Netzwerk, die haben sich noch nie alle physisch gesehen und es sind die Kulturpräger in der Organisation. Kreativität würde denen niemand absprechen. Sense of Belonging sowieso nicht. Also das geht alles, aber man muss die Abstufung irgendwo noch haben. Physisch wäre der Idealzustand. Wir können aber nicht alle immer gleichzeitig da sein. Das ist weder zeitlich effizient sinnvoll, noch kann das jemand bezahlen, noch wäre es für unseren Planeten irgendwie eine Lösung zu sagen, jeder muss sich physisch treffen. Also ist virtuell schon mal eine gute Geschichte. Dann gibt es denn die dritte Art, das ist Hybrid. Da haben wir lange gesucht, was sind die echten Vorteile von Hybrid. Und wir konnten nur sagen, im Verhältnis zu nur virtuell gibt es Vorteile. Im Verhältnis zu physisch gibt es Vorteile. Aber Hybrid selber, also ich habe bis heute noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, für virtuell würde ich rein virtuell, würde ich jetzt das andere stehen lassen. Warum? Natürlich, und das war früher auch anders, früher gab es, wenn virtuell war, gab es viele Organisationen, die gesagt haben, wenn zwei Leute vor Ort sind oder fünf Leute vor Ort, damit es gut läuft, sollen alle virtuell sein. Dann haben alle die gleichen Voraussetzungen. Das kenne ich noch, das waren selbst die ganz großen Organisationen haben das gesagt. Finde ich nicht richtig, weil selbst wenn nur fünf Leute sich physisch treffen können, ist das eine Verbesserung. Aber dieses Hybrid hat dann zur Folge, dass ich nichts mehr rein Physisches für alle machen kann. Das heißt, ich muss dann wirklich für Augenhöhe sorgen, ich muss für Beteiligung sorgen. Der Beamer in meinen Augen kommt weg, auch die großen Bildschirme kommen weg. Jeder hat die Kamera an, auch im Hybrid, also gerade im Hybrid-Meeting. Jeder hat einen guten Ton, weil das haben wir ja gelernt bei virtuell im Vergleich zu Hybrid vorher. Plötzlich sitzen alle in der ersten Reihe. Plötzlich kann jeder weder physisch oder eben virtuell die Hand heben. Plötzlich kann jeder gleichzeitig oder nacheinander Feedback geben über Kommentarfunktionen oder über Whiteboards und so weiter und sich beteiligen. Also es gibt für Hybrid, finde ich, viel schwieriger als virtuell und als physisch. So, und um es noch vorzuspielen, die drei Arten, das sind die heute Bekannten, würde ich mal sagen, für den meisten Firmen und was im Moment komplettes Brachland ist, ist das Thema Virtual Reality. Wird ja gerade ein bisschen größer mit Metaverse und so weiter und da mag der eine oder andere von den Zuhörerinnen, Zuhörern jetzt sagen, oh Gott, das ist das Zukunftszeug. Nee, das ist seit 15 Jahren da. Das ist so real. Das ist so real. Das ist so da, das kann man gar nicht sagen. So, und was wäre da jetzt wieder der Vorteil? Warum würde ich jetzt noch eine Option anbieten? Naja, ich habe im virtuellen und im hybriden kaum eine Möglichkeit für echte Begegnungen. Also selbst, wenn ich diese ganzen Dinge einbaue, dann sitzen wir beide jetzt vor einer platten zweidimensionalen Videokamera. Also die Kamera ist 3D, aber wir sehen uns nur 2D. Wir sehen nur die Köpfe. Wir haben keine, kaum Gestik. Wir haben kaum Körperhaltung, die wir sehen können. Wir haben kein Raumempfinden. Wir können uns nicht zueinander positionieren. Die Zufallsbegegnungen, die funktionieren nicht, weil du drückst auf den Knopf bis drin und du drückst auf den Knopf bis draußen. Wenn ich das Ganze jetzt in Virtual Reality nehme und stellt euch jetzt mal so einen virtuellen Raum vor und zwar nicht nur einen, sondern ein Gebäude, globales Headquarter von eurer Organisation und da könnt ihr euch jetzt treffen als Avatar, also als Repräsentation von euch selber. Ja, das ist jetzt nicht so toll, die sind auch meistens noch nicht so schön, aber es ist zumindest, was sofort passiert, selbst wenn ihr es ohne Brille macht, habt ihr nach 15 Minuten das Gefühl, wir sind gemeinsam im gleichen Raum und das macht was mit einem. Das macht was mit einem, wenn ich im Videoraum, kann nur einer reden. Wenn ich will, dass mehrere Leute arbeiten, dann muss ich sie in Breakout Rooms schicken. Dann sehen sie sich aber nicht mehr. Ja, dann bin ich in kleinen Gruppen wieder unterwegs. In VR können 100 Leute in einem Raum sein und in lauter kleinen Gruppen zusammenstehen, wie eben auch in physischen Events, in Messen und miteinander reden und ich kann rumschauen und sehen, da drüben reden auch welche, oh, da scheint es gerade interessant zu sein, ich gehe mal rüber. Oder wenn du von einem Session zu anderen, von einem Raum zum anderen gehst, du musst deinen Avatar ja durch diese VR bewegen, dann bumpst du in jemand anderen rein und sagst, oh, Nele, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, weißt du den Weg? und schon hast du informellen Austausch, schon hast du Begegnung und das ist etwas, was du bei Video niemals bauen kannst, also niemals, bin ich vorsichtig, aber es ist auf jeden Fall, im Moment sieht es nicht so aus, als kriegst du das hin, weil du hast einen Knopf auflegen und dann bist du weg. Auf dem Weg zwischen dem einen und dem anderen Meeting wirst du niemandem begegnen. Ich mag ganz kurz von einer App erzählen, mit der wir bei Sentry arbeiten, die genau diese Zufallsbegegnung ermöglichen soll. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, das wäre klar, das ist die Team-Lounge-App, die tatsächlich genau das simuliert, also da bist du drin und kannst da reingehen, wenn du gerade jetzt Muße und Lust auf informellen Austausch hast und du kannst auch angepingt werden, wenn jemand, dem du folgst, gerade sagt, oh, ich habe jetzt gerade Lust auf informellen Austausch, dass du selber entscheiden kannst, gebe ich jetzt, um die Brücke zu diesem meine Lernzeit her, um mal kurz mit Klaus zu quatschen, weil der hat gerade, und da kann ich mit dem übers Telefon ganz einfach in Kontakt treten, aber nur mal kurz, geht schon, braucht aber wieder eine Technologie, die das ermöglicht, dann braucht es auch wieder das Mindset dazu, ganz bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt 15 Minuten und entweder ich mache jetzt die Aufgabe noch fertig oder ich gehe mal in diese App rein und sage, Achtung, übrigens, ich hatte gerade Lust auf, wer hat Lust auf Quatschen, wer hat Lust, diese Aufzugbegegnung zu simulieren oder die, wir treffen uns an der Kaffeemaschine-Begegnung, aber klar, also in Virtual Reality, ganz, da ist, ja, das ist schon da und noch so weit weg, das ist irgendwie gerade beides, ich bin da irgendwie auch gerade total neugierig drauf, wann das noch näher kommen wird, ja. Ja, es ist unsere Gestaltung, also ich mache das jetzt gerade bei uns in der Organisation, natürlich gibt es viele, die sagen, das ist noch Zukunft und auch irgendwelche großen Consultinghäuser sagen, das ist am Anfang der Kurve sozusagen, jetzt ist halt die Frage, will ich etwas aktiv mitgestalten und ich bin jetzt, um das auch ganz deutlich zu sagen, ich habe sehr, sehr viele Bedenken, was das ganze Thema VR angeht und ich habe auch einen Blogbeitrag mal dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, Leute, stellt euch mal vor, wie ihr heute mit Smartphones umgeht, wer verlässt das Haus ohne Smartphone und jetzt stellt euch mal vor, unsere Kinder wachsen mit VR auf, einem Raum, in dem ich alles und jeder sein kann, in dem ich die Welt nach, nach, gestalten kann, wie ich sie haben will, in die eigentlich physisch völlig ungefährlich ist, da gibt es weder Zecken, noch kann mir ein Baum auf den Kopf fallen, noch kann ich irgendwie ertrinken oder sonst irgendwas, es ist völlig ungefährlich, erst mal physisch, es ist geistig sehr, kann sehr gefährlich sein, aber eigentlich, das ist meine Generation vorgedacht, warum sollte jemand noch in der physischen Welt sein wollen? Also da sagen neun von zehn Leuten nachher, du bist total bekloppt, was soll diese blöde Frage, die physische Welt ist doch viel besser. Ja, weil wir sie als Positives erlebt haben und jetzt stellt euch aber mal die Kinder vor, die gesagt kriegen, die Welt geht unter, wir haben Klimakatastrophe, das ist giftig, das ist gefährlich, hier werden die in den Kindergärten die Bäume abgesägt, damit die Kinder nicht runterfallen können, Helikoptereltern, all diese ganzen Dinge sorgen doch dafür, dass dieses, ich bin ein Explorer und bin mit beiden Knien im Bach aufgewachsen oder im Wald und jetzt schauen wir uns die Stadtkinder an, für die der Natur was Gefährliches ist. Also das trifft lange nicht auf alle zu natürlich, aber es ist eine große Zahl, die so aufwächst, dass die Natur etwas erstens Gefährliches und zweitens etwas ist, was sowieso den Bach runtergeht. Und jetzt biete ich diesen Leuten eine Alternative und sage, schau mal dahin, da kannst du, egal wie groß du bist, groß sein, da kannst du, egal wie dick du bist, dünn sein oder wie du auch sein willst, du kannst schwarz oder weiß sein, du kannst alt oder jung sein, du kannst ein Elefant sein, wenn du willst oder ein Alien und du kannst dich erleben in all diesen Rollen und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann änderst du halt die Rolle. Du musst nicht in ein Fitnessstudio gehen und da, was weiß ich, wie viele Wochen das wieder runterarbeiten, du drückst auf den Knopf und holst dir einen anderen Buddy. Also das ist, es ist, auch hier, das ist wie mit der künstlichen Intelligenz, Chancen und Grenzen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass viel mehr über die Grenzen und die Gefahren gesprochen wird, wenn ich so einfach da draußen Artikel lese, wenn ich mit Menschen spreche. Ich glaube gleichzeitig, dass es Möglichkeiten bietet, dass es uns Chancen bringt, an die wir heute auch noch gar nicht denken. Und gleichzeitig gebe ich dir total recht, zu sagen, hey, lass uns gucken, was das mit uns macht und lass uns da auch achtsam mit uns, mit unseren Kindern sein, mit den Menschen sein, die, ja, dann halt nicht mehr in dieser Gänze im Bach stehen. Vielleicht ist es auch vermessen, ja, wir sollten es gestalten, aber vielleicht ist es auch vermessen, zu sagen, das weiß ich nicht, ich bin selber kinderlos, deshalb bin ich da sowieso immer ein bisschen vorsichtig, aber vielleicht ist es auch vermessen, zu sagen, hey, wir müssen die Kinder in den Bach stellen. Vielleicht heißt es auch hier, zu gucken, was ist das, was entstehen kann und offen zu sein für Kindheit in dieser Welt oder zurück zur Arbeitswelt, Arbeitswelt genau so und da stellen wir keine Kinder in den Bach, aber in der Arbeitswelt, wenn wir mal so gucken, was gibt es da alles an Kletterparks, was gibt es da an seit Jahrzehnten geprägten Kulturen von, wenn wir ein Team-Event machen, was macht man denn da? Da gibt es, da kann ja jeder drei, vier, fünf Sachen aufzählen, die man halt in einem Team-Event macht und Kletterpark, sagen garantiert, also ich habe keine Studie gemacht, aber das ist meine Hypothese, dass Kletterpark ganz, ganz viele sagen, weil das auch so, und das ist toll, bitte nicht falsch verstehen, das ist wunderbar, aber auch hier zu sagen, hey, vielleicht gibt es in Zukunft, Zukunft gestalten, vielleicht gibt es noch Wege, an die wir jetzt gerade gar nicht denken und das ist so, da merke ich, da bleibt bei mir so eine Neugierde bei Gleichzeitigem, hey, lasst uns gut aufeinander gucken, jeder auf sich selbst und bitte auch auf die anderen. Daniel, das ist genau der Grund, warum ich versuche da, in Anführungszeichen, das Ganze ein bisschen zu fördern, dass mehr Leute sich dafür interessieren, weil ich einfach die Erfahrung, nennen wir es mal, auch mit Social Media gemacht habe, da gab es am Anfang ja die Wilden, die drin waren und dann gab es halt auch schnell Shitstorms und dann gab es halt auch das ganze Negative, dann haben irgendwann die Politiker alle gesagt, sie gehen aus Twitter raus und so weiter, sind alle wieder reingegangen, aber haben es natürlich, also nicht alle, aber ganz, ganz viele und dann habe ich heute, genau, und bis heute hat Social Media eigentlich so einen, so einen, so einen negativen Ding, dass das ja eigentlich alles gefährlich und alles nur Quatsch und verschwendete Zeit ist. Gleichzeitig ist das aber halt ein Werkzeug und wenn ich mir jetzt das in der Organisation anschaue, Enterprise Social Network, also wo Leute bloggen können über das, was sie begeistert, wo Leute in Foren sich transparent austauschen können über Dinge, die relevant für ihre Arbeit sind. Wenn ich mir Wikis als kollaborative Dokumente sozusagen, die jetzt im virtuellen Raum sind, die aber gemeinsam bearbeitbar sind, wo es eine Historie gibt, wo ich sehen kann, wer findet das gut, wo es Kommentare dazu gibt, all diese Dinge sorgen dafür, dass sich Leute finden können, die sich nie gefunden hätten. Netzwerke in Forensum, Serendipity, also Zufallsbekanntschaften darüber, dass ich tagge mein Profil, du tagge dein Profil. Wir haben zufällig ein Match, was die gleichen Tags angeht und plötzlich, hey, die Nele sitzt in einem ganz anderen Land oder in einem ganz anderen Ort oder sowas, hätte ich nie getroffen, aber über diesen Relevanzfilter, der uns zusammenbringt, haben wir plötzlich ein cooles Projekt miteinander. Also da steckt ganz, ganz viel drin, was jetzt erstmal nur Begegnung angeht. So und jetzt kommt dieser ganze große Teil der Beziehung, den ja viele Leute heute im Hybriden auch vermissen, dass sie sagen, ja, ich weiß keine Zugehörigkeit und all das. Naja, wann fühlen wir uns denn zugehörig zu jemandem oder zu etwas? Die Zugehörigkeit ist ja nicht in den Steinen, in der Mauer, im Office. Die Zugehörigkeit ist doch, was zwischen diesen Wänden passiert. Also, und das ist das, wenn ich von Transparenz rede, in physischen Begegnungen wird es sichtbar, wenn ich zur Türe reingehe beim Pförtner oder der Pförtnerin, wenn ich in die Kantine gehe, dann habe ich eine gewisse Prozesstransparenz, also das ist ein technischer Begriff für etwas ganz Normales. Also ich sehe, wie gehen die Leute zum Essen, was ziehen sie an, wie nehmen sie das Tablett, was essen sie, wie viel essen sie und so weiter. Das heißt, diese Prozesstransparenz, nenne ich sie jetzt mal, sorgt für Lernen und sorgt für Zugehörigkeitsgefühl. Jetzt sitzt jeder zu Hause, macht sein eigenes Essen, sieht nicht mehr, wann, was, wie, wo jemand anderes macht und dadurch fehlt das Ganze. Würde ich jetzt wieder zum Beispiel Enterprise Social Network dafür nutzen, also transparentär zu werden, nicht Big Brother, sondern freiwillig das, was ich teilen möchte und das wird am Anfang wenig sein, aber man wird Feedback geben, man wird Wertschätzung geben, ah, das ist aber super, dass du geteilt hast, nicht nur das Ergebnis, sondern wie du da hingekommen bist. Das war der eigentliche Lernprozess und der eigentliche Kulturprozess. Ich mache bei uns immer so dieses Beispiel, wenn ich dir ein Picasso, ein Bild von Picasso zeige, was lernst du da? Nichts. Also du kannst sagen, finde ich schön oder nicht oder was weiß ich oder du kannst es interpretieren oder was weiß ich, aber es ist für sich genommen, es ist ein Endergebnis und es ist interpretationsfähig. So und jetzt stell dir mal vor, du könntest mit einer Kamera oder mit einem Briefwechsel damals oder wie es auch immer möglich war, mitkriegen, wie hat der Raum ausgesehen, wo er war, welche Pinsel hat er verwendet, hat er einen Schwamm gehabt, wo kamen die Farben her, wie hat er die gemischt, gab es Models, gab es keine Ahnung, also alles, was da passiert ist, bis es zu diesem Bild kam. Und also ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wenn ich euch das Picasso-Bild zeige, das könnt ihr euch jetzt vorstellen im Kopf, aber in dem Moment, wo ich anfange zu erzählen, was alles notwendig war um dieses Bild oder ersetze es durch Projektergebnis oder Dokument oder was es auch immer in der Arbeit ist, wenn du da reingucken kannst, wenn das Wie spürbar und sichtbar wird, erzählbar wird, erlebbar wird, dann fühlen wir uns, dann fühlen wir uns Zugehörigkeit über den Sprachstil, über die Worte, die verwendet werden, über das, ich kann es nachvollziehen. Das ist ja nichts anderes wie die 70, 20, 10, die 70 Prozent lernen. Die fehlen aber, wenn nur noch Ergebnisse geteilt werden. Ja, absolut. Wie bin ich denn dahin gekommen? Wie ist der Weg dahin? Wo habe ich Fehler gemacht? Wo habe ich geschwitzt? Wo habe ich welchen Bündel benutzt? Ich mag nochmal einmal kurz den Fokus auf diese hybride Arbeitswelt bringen und ich habe jetzt gehört und da teile ich deine Einschätzung zu 100 Prozent, dass die hybride Art der Zusammenarbeit im Jetzt bei den Möglichkeiten, die es jetzt gibt, also jetzt klammere ich mal das Virtual Reality gerade doch nochmal aus, weil das wahrscheinlich die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer heute schon in ihrer Arbeitswelt integriert haben. Da wird wohl was kommen, gehen wir mal davon aus und wahrscheinlich schneller. Es kommt, wenn wir es tun. Es kommt, wenn wir es tun und auch hier mag ich auch nochmal das wiederholen, was ich so schön von dir fand, zu sagen, wir können das übrigens auch gerade gestalten und es ist nichts, worauf wir abwarten müssen, denn kommen wird es eh. Und wie wir das dann, ja, wie wir es annehmen und wie wir es jetzt schon gestalten, ist so das eine. Ich finde, also der wichtige Punkt ist nicht, also wir können Virtual Reality gleich auslassen, mir ist der Punkt nur wichtig, gestalten kann man bei Trends am Anfang. Wenn man quasi zu der sogenannten Late Majority gehört, also die Leute, die es dann nur noch nutzen, da ist der Gestaltungsspielraum extrem klein. Dann ist man nur noch Follower. Und wir hatten über Pioniere gesprochen, wir hatten über Organisationsrebellen und so weiter gesprochen. Also wenn ich gestalten möchte, dann muss ich auch vorne dabei sein, dann muss ich ins Risiko gehen. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass egal, ob das jetzt um VR oder sonst irgendwas geht, es gibt ja lauter neue Sachen heute auf der Welt. Wenn ich möchte, dass ethische, moralische Aspekte da reinkommen, dann darf ich es nicht denen überlassen, deren primäres Ziel ist, möglichst schnell reich zu werden. Wenn ich dir jetzt zuhöre und denke, boah, das ist so cool, was du sagst und ich möchte, dass du das mitgestalten hast, was kann ich denn machen so als normaler Mensch? Jeder ist heute nicht nur Empfänger, sondern Sender. Kann es sein. Das heißt, ob da jemand dann in YouTube oder mit TikTok oder einfach nur im Bekanntenkreis sagt, hey, ich habe mir mal so eine Brille ausgeliehen, ich bin mal irgendwo hingegangen und habe mir das, ich habe das mal erlebt. Das sind ja keine Drogen, die man nur einmal nimmt und dann ist man abhängig, sondern das sind wirklich Dinge, die man mal ausprobieren kann und mal sagen kann, okay, irgendwie reden immer mehr über dieses Meta. Meta ist irgendwie Facebook, oder? Nein, es ist überhaupt nicht. Das ist halt einer, der meint, der kann man mit einem Haufen Schotter machen, aber das ist wahnsinnig groß inzwischen und dann stellst du plötzlich fest, aha, da gibt es also auch andere Firmen, die sowas machen, da gibt es Integrationen, also es gibt, du kannst da Geld verdienen, du kannst Land kaufen, du kannst Bildung, es gibt kaum einen Bereich, der in VR im Moment nicht abgebildet ist. Also ich kann reingehen, ich kann mich interessieren und kann da mit wachen Augen mir das anschauen und wenn ich das Ganze vielleicht irgendwie schaffe, jetzt bin ich wieder bei dir, Prozesstransparenz, zu erzählen, was ich da erlebe, dann helfe ich anderen Leuten, erstens ihre Vorurteile mal zu hinterfragen, okay, der schreibt da gerade über was, das passt in meine Vorurteile gar nicht rein und wenn jemand sich traut, das zu sagen, eben auch kritisch, das muss ja nicht vernichten sein oder verletzen, das ist, kritisch reicht ja, dann werden sich um diese Personen auch Netzwerke bilden, die dann sagen, Moment mal, das habe ich auch erlebt und plötzlich lernen wir voneinander, ich bin nicht allein und das ist ja die Schönheit an der heutigen vernetzten Welt, dass man nicht mehr darauf warten muss, dass irgendein großer Hero um die Ecke kommt, auf dem goldenen Pferd und dann die Sachen verändert, sondern wenn sich genügend Leute, egal in welchem Level, verbinden, bewusst werden, dass sie ein ähnliches Interesse haben, dann entwickeln die eine unglaubliche Macht, vor der kann keiner mehr in irgendeiner Form weichen, also man muss sie irgendwie zumindest wahrnehmen erst mal und wenn das dann halt wächst und das ist halt die Power von Netzwerken, das ist das, was wir Movement nennen oder exponentielles Wachstum, negative Form davon ist der Shitstorm natürlich, aber es gibt auch das Umgekehrte, dass plötzlich ganz viele Leute das Gefühl haben, das ist so dran und ich möchte, dass das so wird und ob das jetzt ein kostenloses Ticket für irgendwie Nahverkehr ist oder ob das jetzt irgendeine Energiewende oder in der Umwelt oder egal was es ist, all diese Dinge haben ja dadurch Drive bekommen, dass Leute, die sich dafür engagieren, plötzlich voneinander gewusst haben und plötzlich dann gesagt haben, lass uns doch mal unsere Kraft verbinden, weil es gibt da draußen Millionen von Einzelinitiativen, die alle versuchen, unseren Planeten wieder also langfristig haltbar zu machen. Wenn sich die mal alle zusammensetzen würden, dann gibt es doch nichts, was die noch aufhalten könnte. Und ich mag es gerade, und ich liebe das, wie groß du Dinge auch sehen kannst und sie auch so, finde ich, begreiflich erklärst. Falls du gerade zuhörst und denkst, boah, das ist mir zu groß, mag ich nochmal an den Einstieg unseres Podcasts gerade erinnern. Die Weltveränderung, die beginnt mit dem ganz Kleinen und allein dadurch veränderst du die Welt schon. Also alleine, wenn du jetzt das, was Harald gerade gesagt hat, dich mal zu informieren, mal rausfindest, wie du selber mal so eine Brille aufsetzen kannst und darüber sprichst, das reicht schon. Denn allein dadurch leistest du deinen Beitrag und allein dadurch gehst du einen kleinen Mini-Pioniere-Mini-Pionier-Schritt, weil du jetzt schon etwas anders machst als so der Großteil unserer Gesellschaft gerade. Also das kann total groß werden für den Fall, dass du gerade denkst, oh, das wird mir jetzt doch zu groß. Geh einen Schritt, einen einzigen und fang an drüber zu sprechen. Und das gilt für Virtual Reality, das gilt für alles, wo du sagst, hey, hier kann ich mal was ausprobieren. Und damit werden wir alle zu Gestalterinnen und Gestaltern. Das eine ist, ich konsumiere etwas und gerade wenn, und da bin ich auch total bei dir, gerade wenn ein Trend gerade da ist und das zeigen ja auch diverse Modelle, dann ist jetzt der Moment. Und das heißt auch nicht, dass du es gleich cool finden musst. Das heißt aber, dass du erst mal neugierig bist und die, jetzt wenn wir beim Brillenbeispiel bleiben, die Brille, die du jetzt gerade aufhast, kurz ablegst und sagst, oder ich wische noch einmal über die Gläser drüber, um meine Vorurteile, weil vielleicht hast du sie selbst, sie kurz beiseite zu packen. Was ist so schön gesagt? Neugier. Es gibt, im Englischen wird ja ganz oft dieser Begriff why verwendet und da gibt es für mich zwei Übersetzungen in Deutsch. Das eine heißt, warum und warum ist für mich rückwärts gerichtet in Form von erkläre mir, wie es dazu gekommen ist und es gibt den Begriff wozu, der für mich in die Zukunft gerichtet ist, der dann sagt, wohin soll denn das führen? Und wenn du dir anschaust, das wäre für mich die kleinste Pionierleistung sozusagen, mit der man anfangen kann, wenn euch jemand irgendwas erzählt, fragt, warum rückwärts oder vorwärts oder fragt, erst rückwärts und dann vorwärts oder macht es so wie die Kinder, die dann eben auch, ja, du musst das jetzt machen. Warum? Ja, weil ich das sage. Warum? Weil ich weiß, das ist gut für dich. Warum? Jetzt kommen wir irgendwann mal auf eine Ebene, wo diese ganzen Plattformen Vielleicht weiß ich gar nicht, was gut für dich ist, genau. Ganz genau und das ist das, was Kinder ja so toll machen können, die sind nicht mit der ersten Antwort zufrieden und ich glaube, das ist so wichtig in einer Buzzword-Zeit, in der wir heute leben, in dieser Ambiguität. Das A von VUCA steht ja für Ambiguität. Jeder versteht was anderes unter dem Wort. Also wenn wir uns wieder verstehen wollen, wenn wir wieder Sinn in den Begriffen haben wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wortbedeutungen rauszufinden und die finde ich halt dadurch raus, Nele, was meinst du jetzt mit Neugier? Und was meinst du damit? Und wofür soll das gut sein? Und wieso machst du das überhaupt? Und jetzt entsteht quasi so eine Wolke um diesen Begriff herum, die sich auflädt und jetzt kommen wir plötzlich in eine Beziehung. Jetzt kommt plötzlich, ah, jetzt verstehe ich dich besser, Nele. Jetzt habe ich deine Perspektive, jetzt hat die sich gefüllt mit Leben und jetzt können wir uns wirklich begegnen. Aber wenn wir uns ein Wort um die Ohren schmeißen, wir müssen agiler werden, dann denkt der Harald, ja, okay, dann muss ich mich halt nicht mehr vorbereiten und die Nele denkt sich, okay, wir brauchen jetzt ein Safe Framework. Ah, wir machen jetzt Scrum, genau. Genau. Und wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Oder Transparenz. Du sagst, oh mein Gott, Big Brother, ich will das nicht. Und ich sage, ja, ohne Transparenz können wir gar nicht lernen. Und wir haben beide die gleichen Begriffe verwendet und haben völlig aneinander vorbeigeredet. Das ist so inspirierend, Harald. Und ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, wir werden diese Podcast-Folge umbenennen, weil sie viel zu großartig ist, um sie auf hybride Arbeit zu reduzieren. Wir reden hier gerade und da bin ich dir super dankbar für. Und ich lasse das jetzt los, dieses Harald und ich sind heute verabredet, um einen Podcast über hybride Arbeit aufzunehmen. Wir nehmen hier nämlich gerade keinen Podcast über hybride Arbeit auf, wir nehmen einen noch viel großartigeren Podcast auf. Und zwar sprechen wir gerade über Arbeit der Gegenwart und der Zukunft. Und ich merke gerade, ich lasse das gerade los. Schön die Themaverfehlungen eingepackt. Das finde ich lieb von dir. Ich meine, das ist für mich gerade eher, deshalb mache ich es auch gerade sehr transparent und ich habe jetzt auch gerade nicht auf, oh, wir stoppen kurz, sondern das soll bitte genauso in der Aufnahme drinbleiben, weil das ist die Realität. Ja, was haben wir denn an Plan gemacht? Also, oder möchte ich jetzt nicht von Agilität sprechen, ich möchte einfach von Realität sprechen und ich möchte gerade so doll, ich habe gestern eine Keynote gehalten, da ging es um fünf Bausteine, die auf dem Weg zu einer digitalen Arbeitsorganisation hilfreich sind. Und der erste Baustein, den ich da skizzierte, war die radikale Akzeptanz von dem, was ist. Denn nur wenn ich radikal akzeptiere, was ist, und zwar mental akzeptiere, was ist, ja zur Situation sage, nur dann werde ich, ich als Individuum und das Kollektiv dazu in der Lage sein, es verändern zu können. Darf ich da ein bisschen kritisch nachfragen? Ja, unbedingt. Jetzt, wo ich das Thema losgelassen habe, sowieso. Ich habe jetzt vor Augen, ich möchte schon so ein bisschen natürlich in den, das New Work und so weiter. Und es gibt ja eine Erfahrung, die ganz viele Leute haben. Die sind in irgendeinem Videocall drin und stellen, machen irgendeinen Input, dann stellen sie eine Frage und dann kommt nichts. Oder sie fragen ganz früh was. Jetzt wäre ja das, was du sagst, radikal feststellen, was ist, wäre die Erkenntnis, okay, in Virtual funktioniert es nicht. Also ich stelle fest, ich habe das jetzt zehnmal probiert und zehnmal kommt keine Antwort. Dann wäre eigentlich, wenn ich jetzt dem 100% folgen würde, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, radikal festzustellen, jedes Mal, wenn ich in einem virtuellen Call den Leuten eine Frage stelle, kommt eigentlich nichts Richtiges zurück. Und das ist, glaube ich, der große, ich behaupte jetzt mal, es ist kein Fehler, es ist ja total richtig, dass das genauso passiert. Es ist also wirklich sauber wahrgenommen. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt könnte man sagen, deswegen ist virtuelles Zusammenarbeiten oder hybrides Zusammenarbeiten einfach scheiße. Oder man geht jetzt her und sagt, aha, also irgendwie ist das im virtuellen und im Hybriden anders als physisch. In Klammern, in physisch hüpft auch nicht jeder sofort hoch, aber man hat so ein bisschen die verklärte Vergangenheitsbrille auf. Deswegen ist virtuell schlecht. Also man könnte jetzt sagen, es ist so, ich habe es wahrgenommen, es ist wiederholt feststellbar und jetzt kommt aber der Punkt zu sagen, so, was muss ich jetzt ändern, damit das wieder anders wird. Also das wäre für mich ein völlig richtiger erster Schritt, aber unbedingt in Verbindung und wahrscheinlich ist das in deinen anderen Bausteinen dann drin, dann zu sagen, so, wie kriege ich jetzt eine stille Zuhörerschaft in eine aktive Beteiligungsgruppe. und wenn ich das jetzt aus praktischer Erfahrung würde ich sagen, ja, meistens ist es zu groß und passiert zu plötzlich. Da hält jemand einen Vortrag und ist plötzlich still mit einer Frage und die Leute dann so, jetzt muss ich was antworten, aber es sind zehn andere da, ich will niemandem ins Wort fallen, funktioniert mein Mikrofon. Tausend Gründe, warum man jetzt nichts sagt. Wenn ich aber jetzt das Ganze mir anschaue, ja, ich habe festgestellt, das ist so, jetzt fange ich an, um die Leute erst mal auszubilden, ganz platt. So, ich stelle jetzt nicht eine offene, große Frage, wo sich vielleicht jemand auch noch blamieren könnte, sondern ich sage, was ganz klein ist und ich mache vielleicht vorher ein sogenanntes Microlearning machen wir bei uns gern und sagen, so, jetzt geht mal bitte alle da nach oben oder nach unten, je nachdem, was ihr für eine Software verwendet, sucht mal bitte diesen Daumen nach oben und den drücken wir jetzt nicht, sondern schaut mal, da sind noch vier andere Symbole. Jetzt drücken wir mal alle den ganz Rechten, das ist meistens so ein bisschen negativerer und jetzt drück den mal drauf und dann siehst du plötzlich wieder lauter solche Dinger hochgehen oder erscheinen. Jetzt haben die Leute was gemacht, ohne dafür in irgendeiner Form be- oder verurteilt zu werden oder kannst du das eigentlich gar nicht, einfach nur über den Knopf gedrückt. Das heißt, wir haben jetzt die erste ganz kleine Hürde gemacht und dann sagen wir, okay, und jetzt im nächsten Schritt, sagen wir mal, also wenn ihr jetzt für mehr die eine Richtung seid, dann drückt ihr mal den Knopf und wenn ihr für die andere Richtung seid, drückt ihr den anderen Knopf. Jetzt haben wir den Schwierigkeitsproblem, wie mit kleinen Kindern, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Aha, jetzt merken sie, ich kann diese Likes und Daumen drauf und runter, ich kann die ja auch kreativ verwenden. Und so baust du das dann Schritt für Schritt auf und dann kommt irgendwann so, und jetzt machen wir mal das Kommentarfeld auf. Und jetzt geht dann mal nicht in den tollen Satz, in Englisch, bei uns ist natürlich auch noch Mehrsprachigkeit, traue ich mich das dann in Englisch und so weiter. Nee, ein Wort, was euch gerade in den Sinn kommt. Und vielleicht fange ich sogar noch früher an, geht mal in die GIFs rein und stellt mal ein Bild rein, das das darstellt, was ich gerade sage. Weil ein Bild natürlich so offen ist, dass niemand dafür verurteilt werden kann. Ich habe ja das Bild nicht gemalt, ich habe es nur ausgegabt, leider kein anderes. Also du machst die Schwelle so runter, dass quasi jeder diese Entwicklung, die du mit den Leuten machst, jetzt mitgehen kann. So, dann kommt ein kurzer Kommentar als Wort, dann kommen Kommentare, die dann geliked werden von den Leuten, dann kriegt man eine wertschätzende Rückmeldung und irgendwann kommt dann ein Textkommentar und irgendwann fange ich dann an, dass ich meinen Termin so nicht anfange. So, jetzt macht man alle Mikrofone aus, damit wir keine Störung haben, finde ich unsäglich. So, mach sie mal an. Ja, wenn irgendwas die Beziehung und die Menschlichkeit in so einem Call kaputt macht, dann ist es doch komplette Stille. Ja, absolut. So, also macht bitte die Mikrofone alle auf, wer möchte. Klar, wenn irgendwo der Bagger geht, dann mach es aus, aber mach es dann wieder an. Es ist okay, wenn Leute husten, es ist okay, wenn die Vögel zwitschern, weil die würden im Meetingraum auch zwitschern und plötzlich kriegt das Ganze eine Atmosphäre und wenn du das alles, also es sind jetzt lauter kleine praktische Elemente, die ich jetzt... Aber das ist total toll, das ist so wertvoll, danke Harald. Und jetzt antworten die Leute und jetzt sind die, sie sind den Weg mit dir mitgegangen und ich kann das beweisen und das werdet ihr alle erleben, wenn ihr so eine Reise mit den Leuten macht. Ihr geht in das Mikro, ihr macht die Mikrofone auf und die Leute fangen, bevor ihr überhaupt in dem Call seid, schon das Reden miteinander an. Ihr kommt rein und da ist eine Diskussion am Laufen und ihr stoppt die natürlich nicht sofort, sondern das ist der informelle Austausch, der muss stattfinden und so entwickle ich dann wirklich im Virtuellen, egal ob das jetzt über Zeitzonen hinweg, über Ländergrenzen hinweg ist, eine Begegnungskultur in euren Meetings und danach wird euch keiner mehr fragen, ob das echt ist oder nicht. Ja. Ich mag noch kurz sagen, wie ich es gemeint habe mit der radikalen Akzeptanz. Ich mag andere Stiften. Nee, gar nicht. Nee, nee, ich möchte es nur erklären, denn das ist ja ein total berechtigter Einwand. Mir geht es tatsächlich um diesen Moment des Ja zur Situation sagen und damit meine ich, in dem Moment nicht wütend zu sein, nicht in eine Bewertung zu gehen von Keiner sagt was, die sind doch alle doof. Das sage ich vielleicht nicht, vielleicht denke ich das auch nicht wörtlich, aber ich meine so diese mentale Haltung, wo wir doch relativ schnell bewerten, sauer sind, traurig sind, wütend sind, etwas doof finden und wir haben oftmals total gute Gründe dafür. Ich glaube nur, dass wir aus dieser mentalen Haltung nicht in die konstruktive Veränderung gehen können. Das ist das, was ich mit der radikalen Akzeptanz als ersten Schritt meine im Sinne von Ja sagen zu dem, was ist. Ja sagen zu dem, dass wir über so viel gesprochen haben, deshalb kam ich ja gerade drauf, über so viele unfassbar tolle Sachen, dass ich gerade das gar nicht mehr mag, nochmal jetzt so enger zu werden, sondern diese Weite genau so halten möchte und dazu Ja zu sagen und daraus dann was zu machen und danach dann zu gucken, denn das ist die, meiner Meinung nach, mentale Grundvoraussetzung, um konstruktive, zwischendurch noch ein bisschen in die Luft gucken, wäre auch gut, konstruktive Lösungsideen generieren zu können, um daraus dann was zu machen. Und jetzt, während wir gerade so darüber sprechen, glaube ich, werde ich in den nächsten Tagen eine Podcast-Folge über diese fünf Bausteine aufnehmen, dann passt das da auch gut rein. Lieber Harald, ich mag auf diesem Weg Danke sagen, denn ich glaube, dass das eine unglaublich wertvolle Folge ist für all diejenigen, die sich diesem Thema hingeben und ich glaube, Hingabe ist ein Wort, was ganz gut passt zu dem, was wir heute gesprochen haben, denn ich höre sehr viel Hingabe, wenn ich dir zuhöre und für mich bist und bleibst du mein New-Work-Philosoph. Ja, ich bin einfach total dankbar, dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen inspirierst durch das, was du erfahren hast, durch das, was du selbst kreiert hast, durch deine mutigen Wege, durch dein Pioniersein und dann mag vor allen Dingen auch die Aufforderung, dass ja, es auch im Kleinen zu probieren und nicht in so ein Oh, ich muss jetzt hier irgendwie was ganz Großes, sondern hey, es geht um den kleinen Schritt und das kann jeder und jeder machen und vielleicht hast du dann Lust auf mehr und da bist du ein sehr, sehr großer Inspirator für mich und die Menschen, die Organisationen, die Gesellschaft, das große Ganze und auch das ganz Kleine da draußen. Apropos das ganz Kleine, eine Sache muss ich noch sagen. Harald, wie groß bist du? 1,90m. Ich bin 1,56m und Harald und ich, wir werden uns in anderthalb Wochen zum ersten Mal ja auf einer Konferenz und ich sage jetzt bewusst nicht real, sondern im physischen Raum gemeinsam treffen und das ist ganz witzig. Ich habe nämlich schon mal gehört, dass du so groß bist, das weiß ich ja gar nicht und jetzt auch durch diese virtuellen Begegnungen, die wir jetzt einfach seit zwei Jahren ja regelmäßig miteinander haben, haben wir das noch nie gemerkt, dass du so groß wirst und ich so klein und da bin ich ganz teugierig drauf. Du musst dich dann, wenn wir uns in den Arm nehmen, wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen wirken müssen. Vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, man kann ja auch die Sachen positiv sehen, dass das Virtuelle einfach die innere Größe viel mehr bewertet als die körperliche. Ja, wunderbarer Diskurs zum Thema Unconscious Bias übrigens, wie werden kleine Menschen wie werden Großmenschen? Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dass wir uns dann in die Arme nehmen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir die Möglichkeit da gegeben hast und ich mag zum Schluss einfach nochmal einladen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, dass ganz oft so getan wird, als können die meisten Leute gar nicht so groß und komplex denken. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir werden bloß die ganze Zeit konditioniert, Dinge zu vereinfachen. Traut euch doch mal wirklich diese ganzen Dinge, die man eh schon so gemacht hat, einfach mal beiseite legen und mal überlegen, wie sieht denn eure Traum-Zukunftswelt des Arbeitens aus? Wo findet die statt? Mit wem findet die statt? Wie findet die statt? Ist das etwas, was in Stunden zu messen ist? Ist das etwas, was im Gefühl zu erleben ist? Ist das etwas, was kontinuierlich passiert oder was in einzelnen Elementen passiert? Sieht Arbeit künftig aus wie eine Reise? Sie sehen ja Job natürlich unterschiedlich. Sieht Arbeit aus unterschiedlich in Lebensphasen. Was würdet ihr denn tun, wenn es keine Karriere gäbe? Was würdet ihr tun, wenn ihr es nicht für Geld machen müsstet? Was würdet ihr tun, wenn ihr in euch reinhören könntet, euch die Zeit nehmen könntet, jenseits von Schule, Bildung und Zertifikaten und rauszufinden, könnte ich denn mein Leben mit dem, was ich wirklich will, das ist der Friedhof Bergmann, und wenn das Stricken und wenn das mit Leuten und wenn das Altenpflege oder egal was es ist, unabhängig von dem, was notwendig ist, um das Leben irgendwie zu meistern, wenn ich das zu meinem Lebensinhalt machen, zu meiner Bestimmung machen könnte, welche Rahmenbedingungen wären dafür notwendig? Und wenn wir uns die Fragen stellen, dann haben wir eigentlich den ersten Schritt dazu gemacht, diese Rahmenbedingungen auch vielleicht gemeinsam zu erschaffen. Träumt mehr. Genau so. Träumt mehr, fragt mehr, sprecht mehr, teilt mehr miteinander. Danke. Danke, Harald. Bis bald. Ciao. Ciao.